Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Vorschusslehrbüller werden sind mir immer die Liebsten, aber Sie kommen jetzt trotzdem nicht drum rum, die offizielle Begrüßung zu erfahren. Sehr geehrte Frau Staatsministerin, liebe Claudia Roth, liebe Vizepräsidentin des Thüringer Landtags, Frau Henfling, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister der Stadt Sohl, lieber Herr Knapp, lieber Markus Meckel, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland, lieber Herr König, stellvertretend für das Hotel. Ich freue mich, habe ich schon am Anfang so ein bisschen durchblicken lassen, so viele durchaus Bekannte, aber auch viele Unbekannte und vor allem junge Gesichter bei der 16. Geschichtsmesse hier in Suhl auf dem Ringberg begrüßen zu können. Seien Sie herzlich willkommen zu hoffentlich drei sehr interessanten Tagen. Die Geschichtsmesse will in diesem Jahr, wie es im Titel auch heißt, neue Perspektiven auf die Aufarbeitung der Diktaturen in Deutschland und Europa eröffnen. Und ich will dazu im Folgenden sechs Thesen formulieren, die hoffentlich oder wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen Gesprächsstoff und Diskussionsstoff in den unterschiedlichen Runden sein werden. Viel zu lange ist die Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit zumeist in zwei separaten Bahnen verlaufen. Der Aufarbeitung des Nationalsozialismus auf der einen Seite und der Auseinandersetzung mit den kommunistischen Diktaturen auf der anderen. Die Gründe für diese Segmentierung unserer Erinnerungskultur sind vielfältiger. Sie negiert jedoch den Umstand, dass die Geschichte des 20. Jahrhunderts ein Gewebe aus vielen Fäden ist, die miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen. These 1. Es ist an der Zeit, die Barrieren zwischen der Aufarbeitung verschiedener Diktaturen zu überwinden, um Parallelen und Verflechtungen sowie selbstredend die Unterschiede zwischen den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts in den Blick zu nehmen und zu erkennen, dass die Aufarbeitung der einen ohne die andere unvollständig bleibt. Der 7. Oktober 2023 hat zudem die dringende Notwendigkeit unterstrichen, eine klare und unmissverständliche Haltung nicht nur in unserer Erinnerungskultur einzunehmen. Die abscheulichen Bilder des mörderischen Hamas-Terrors begleitet von erschreckenden Reaktionen innerhalb von Teilen der deutschen Bevölkerung, aber auch von Teilen der migrantischen Communities, stellen eine Zäsur dar, die wir nicht ignorieren dürfen. Genauso besorgniserregend ist die Beobachtung, dass diese Ereignisse von einer Form des Antisemitismus flankiert werden, der sich schon länger in akademischen und kulturellen Kreisen breitgemacht hat und sich auch in einer unerträglichen Rhetorik gegen Israel manifestiert. Es ist unerlässlich, dass wir in der Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit eine Prioritätensetzung vornehmen, die die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der kommunistischen Diktaturen weiterhin in den Mittelpunkt stellt. Aber natürlich müssen wir uns auch kritisch mit der deutschen Kolonialgeschichte auseinandersetzen und uns auch diesen Verbrechen stellen. Gleichzeitig müssen wir wachsam gegenüber Versuchen sein, die Kolonialismusdebatte zu überhöhen und letztlich zu instrumentalisieren. These 2. Die Erinnerungskultur in Deutschland muss ihre Prioritäten auch weiterhin auf die NS- und Kommunismusgeschichte setzen. Die Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus darf nicht dazu benutzt werden und hier zitiere ich, und das ist vielen hier im Saal, glaube ich, bewusst und bekannt, die berühmte Faulenbach-Formel, die einzig arbeitenden Verbrechen des Nationalsozialismus und das Unrecht der kommunistischen Diktatur und unsere damit einhergehende Verantwortung zu relativieren. Das Auftaktpodium zur Geschichtsmitte warnt vor einer Erinnerungspraxis, die das Vergangene in einer rigiden Form konserviert, es einer musealen Statik unterwirft, die wenig Raum für Revisionen oder alternative Lesarten lässt. Und mag sein, dass es zu weit geht, von einer versteinerten Geschichte zu sprechen. Vielleicht ist das Bild einer in Aspik eingekapselten Geschichte treffender, die so einerseits formbar erscheint und andererseits aber einer spezifischen Deutung verhaftet bleibt. Im Kontrast dazu fordert der Titel des Auftaktpodiums eine dynamische Erinnerung, die für eine flexible und entwicklungsoffene Geschichtsbetrachtung plädiert. Dieser Ansatz versteht die Erinnerung als lebendigen Dialog mit der Gegenwart und könnte so die Integration neuer Erkenntnisse und Perspektiven befördern. Denn jede Generation stellt neue Fragen an die Vergangenheit und revidiert dabei auch vormalige und eingeübte Geschichtsbilder. These 3. Bei der Bewältigung der kommunistischen Herrschaft und der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Deutschen Einheit seit 1990 sollten wir mehr denn je individuelle Erinnerungen sowie auch die Erfahrungen verschiedener Gruppen zu Gehör bringen. Wenn es uns gelingt, die persönlichen Geschichten mit der allgemeinen Geschichte zu verknüpfen, wird Vergangenheit nicht nur besser verständlich, es lässt sich auch leichter darüber sprechen, auch über die Generationen hinweg. Und wenn wir einerseits versuchen, die Geschichte aus vielen verschiedenen Perspektiven zu sehen, dürfen wir andererseits nicht vor dieser Vielfalt der sich nicht selten widersprechenden Erfahrungen kapitulieren. Vielmehr wird es unsere Aufgabe in der historisch-politischen Bildung sein, einen Konsens in der Bewertung historischer Ereignisse und Entwicklungen anzustreben und immer wieder deutlich zu machen, was die Unterschiede zwischen Demokratie und Diktatur sind. Eine schmerz- und zumutungsfreie Erinnerungskultur, die sich eben gerade nicht Relativierungsversuchen anbietet, wird es nicht geben können angesichts der begangenen Verbrechen und des Unrechts sowie des Leids der Opfer und Betroffenen. These 4 Geschichtsaufarbeitung sollte mit der Vielfalt der Erinnerungen Raum bieten, ohne dabei die Suche nach gemeinsamen Bewertungsgrundlagen historischer Ereignisse zu vernachlässigen. Und die Vielfalt der Identitäten wird durch die Zuwanderung nach Deutschland noch beträchtlich erweitert. Allerdings sind in unserem Land weder Alteingesessene noch Neubürger dazu verpflichtet, sich für Geschichte zu interessieren. Und so ist es die Bringschuld von uns politischen Bildnern, Angebote zu schaffen, die Interesse an der Geschichte der deutschen Geschichte, der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts und insbesondere der Geschichte des Nationalsozialismus, aber auch der kommunistischen Herrschaft wecken. Und auch hier dürfte ein Schlüssel darin liegen, die persönliche Geschichte der Zuwanderer mit der kollektiven Geschichte zu verknüpfen. Viele Menschen, die zu uns gekommen sind und teilweise seit Jahrzehnten hier leben, bringen ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen mit Diktaturen, mit Gewalt, mit Krieg und Flucht mit, deren Wurzeln nicht selten bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs oder des Kalten Krieges reicht. Und diese Erfahrungen sind bisher unterrepräsentiert, bereichern aber die Diskussion und sind unbedingt ernst zu nehmen. Und zwar so ernst, dass man falschen historischen Aussagen oder Relativierungen, die aus diesen Kontexten stammen, genauso vehement widersprechen sollte, wie es bei Menschen ohne Migrationshintergrund Praxis ist. Und die Mehrheit der seit 2015 zu uns gekommenen Menschen bringt zudem Erfahrungen aus sozialistischen Diktaturen mit. Auch das darf man nicht außer Acht lassen. Und wenn diese Erfahrungen in der historischen Bildungsarbeit abgerufen werden, können sie einen wichtigen Beitrag zum Verständnis historischer Zusammenfänge und zur Herausbildung einer vielfältigen, vielstimmigen und zugleich gemeinschaftlichen Erinnerungskultur leisten. These 5. Indem wir die persönlichen Erfahrungen von Zuwanderern mit Diktatur, Krieg und Flucht in die Aufarbeitung der NS- und DDR-Geschichte integrieren, schaffen wir eine Brücke zwischen individuellen Erlebnissen und der kollektiven Historie. Tja, und dann ist da noch der Evergreen von der unzureichenden Repräsentanz der Ostdeutschen in Führungspositionen, über die unter anderem am Samstag diskutiert wird. In der Debatte des letzten Jahres hat Dirk Oschmann die Marginalisierung gerade auf die Ostdeutschen zugespitzt. Und was immer von diesen Thesen im Einzelnen zu halten ist, die Frage der unzureichenden Repräsentanz von Ostdeutschen ist ein Wiedergänger. Ich will hier gar nicht die Debatte darüber aufmachen, wer heute, fast 35 Jahre nach dem Ende der DDR, eigentlich Ost- oder Ostdeutsch ist. Aber weder das West-Bashing noch die Auflösung unserer Gesellschaft in immer kleinere Identitätsgemeinschaften, die ihre Interessen scheinbar nur gegeneinander durchsetzen können, wird unserer vielfältigen Gesellschaft, die eine gemeinsame Wertebasis haben sollte, gerecht. Manchmal ist dabei sogar von der Kolonisierung des Ostens die Rede. Und je mehr Zeit ins Land geht, desto blühender erscheint in der Rückschau die DDR, die, so die Autosuggestion nach 1990, auf dem Altar westdeutscher Providinteressen geopfert worden sei. Meine Damen und Herren, Sie merken an meiner Wortwahl, dass ich zu diesen Themen eine dezidierte Meinung habe, mit der ich den Diskussionen jedoch nicht weiter vorgreifen möchte. Und um Missverständnisse zu vermeiden, auch ich reagiere gereizt, wenn der Osten vor allem als Problemzone beschrieben und der Eindruck vermittelt wird, der gemeine Ossi sei besonders anfällig für Populismus oder Extremismus. Wenn im reichen Baden-Württemberg rund 20 Prozent Umfragen zufolge angeben, dass sie für die AfD stimmen würden, und wenn am Marx'schen Diktum, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, irgendetwas dran sein sollte, dann relativieren sich die durchaus erschreckenden 30 bis 35 Prozent für die AfD im Osten durchaus. These 6. Die Wahrnehmung Ostdeutschlands als Problemzone und die Vorstellung der Ostdeutschen als Opfer westdeutscher Interessen bedarf einer kritischen Reflexion, um die vereinfachenden Narrative zu durchbrechen, die seit den 1990er Jahre bei manchen zu Klischees erstarrt sind und die Ostdeutschen als Opfergemeinschaft definieren. In Zeiten überbordender politischer Kontroversen und scharfer Lagerbildung geben jenen Auftrieb, die ihre Meinung und Überzeugung durch Geh- oder Verbote durchsetzen wollen. Wer wie ich die DDR als Jugendliche und junge Erwachsene erlebt hat, erinnert sich recht gut daran, wie bis 1989 Themen tabuisiert und Meinungen vorgegeben waren. Und umso allergischer reagiere ich auf Forderungen, dieser oder jener Position oder Person keinen Raum zu geben oder sie nicht zu Wort kommen zu lassen. Und Grundlage dafür ist wieder einmal, was an roten Linien durch unser Grundgesetz als gemeinsame Wertebasis vorgegeben ist. Angesichts der Demokratieverachtung, die in den letzten Monaten von vielen Seiten so sichtbar zu Tage getreten ist und auch wenn sie nur von Minderheiten geäußert wurde, scheint es mir dennoch wichtig, daran zu erinnern, dass wir, wie es im Falle unserer Stiftung, das Stiftungsgesetz vorschreibt oder vorsieht, den antitotalitären Konsens fördern. Und vielleicht sollten wir, die wir uns in der politisch-historischen oder schulischen Bildung engagieren, zur besseren Verständlichkeit von einem antiextremistischen Konsens sprechen, der demokratische Prinzipien hochhält, unabhängig davon, wer demokratieverachtende Positionen vertritt oder der Meinung ist, dass ein vermeintlich guter Zweck die Mittel heiligt. Mit zweierlei Maß zu messen, je nachdem, ob man mit bestimmten Positionen übereinstimmt oder nicht, schadet unserer demokratischen Kultur und dem Ansehen demokratischer Institutionen. Und wir alle wissen, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen ist die Währung der Demokratie und das Vertrauen schnell verspielt, aber nur langsam wieder aufgebaut werden kann. Sehen wir also gemeinsam zu, auch in Zukunft miteinander im Gespräch zu bleiben und dem jeweils anderen zuzuhören, ohne uns mit antidemokratischen Positionen, egal welcher Herkunft, gemein zu machen. Und damit sind wir in Suhl angekommen, dem jährlichen Zentrum der Aufarbeitung. 2006 hatten die Bundeszentrale für politische Bildung und unsere Bundesstiftung sowie das Institut für Zeitgeschichte eine Deutschlandforschertagung hier ausgerichtet. Und zwei Jahre später war die erste Geschichtmesse der Vorbereitung des 20. Jahrestags der Friedlichen Revolution 2009 hier gewidmet. Der Ringenberg wird seither, also seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten, jedes Frühjahr zum Zentrum der Aufarbeitung, in dem Platz für kontroverse Positionen und Biografien ist, wo Opfer der SED-Diktatur mit Respekt und Empathie begrüßt werden und die diesen Respekt ihrerseits auch einem Stammgast wie dem Ministerpräsidenten des Landes Thüringen, Bodo Ramelow, entgegenbringen. Der Ringenberg ist also unser aller Ort der Aufarbeitung. Im Herzen von Deutschland gelegen, von Hamburg, München oder Berlin gleich gut oder je nachdem, wie Sie wollen, auch gleich schlecht zu erreichen. Und wir werden diesen Ort nicht lassen, nur weil hier jüngst Gäste beherbergt wurden, deren Auffassungen die meisten von uns wohl nicht teilen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verteidigen unsere Demokratie nicht mit erhobenen Zeigefingern, sondern nur durch die Kraft unserer Argumente. Und um die zu Gehör zu bringen, müssen wir unsere Blasen verlassen und zum Beispiel auch hier nach Suhl auf den Ringenberg kommen. Oder vielleicht besser noch nach Suhl unten. Ich heiße Sie noch einmal recht herzlich hier willkommen, wünsche uns allen anregende Tage, Vorträge, Diskussionen, Projektpräsentationen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Streit, denn genau unserem Motto, wir müssen reden. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nun auf das Grußwort des Oberbürgermeisters, Herrn Knapp. Vielen Dank. Applaus Sehr geehrte Frau Staatsministerin Roth, Sehr geehrte Frau Dr. Kaminski, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 16. Geschichtsmesse in Suhl. Meine Damen und Herren, als Oberbürgermeister der Stadt Suhl begrüße ich Sie sehr herzlich zu Ihren zwischen 16. Geschichtsmesse der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hier auf dem schönen Ringberg in Suhl. Ihre Messe ist jedes Jahr ein Highlight in unserer Stadt und ein hochinteressantes Austausch- und Vermittlungsforum. Ich bin mir sicher, dass Sie auch diesmal wieder beste Tagungsbedingungen hier auf unserem 750 Meter hohen Ringberg finden werden. Hier über den Dächern unserer Stadt können Sie miteinander debattieren und um gute Lösungen für Geschichtsvermittlung ringen. Mit Ihrem diesjährigen Thema Ein weites Feld, neue Perspektiven auf die Aufarbeitung von Diktaturen in Deutschland und Europa eröffnen Sie tatsächlich ein weites Feld. Schließlich werden viele von Ihnen hier im Saal gleich den Bezug zu dem gleichnamigen Buch von Günter Krass hergestellt haben, in dem aus bestdeutscher Geborgenheit heraus trefflich über die Zustände in der DDR, wie sage ich jetzt am besten, lamentiert, gemutmaßt oder in gewohnten Mustern der Bewertung geungt wurde. Ich finde, der Verweis auf dieses Buch passt wunderbar zu dem deutsch-deutschen Kontext, dem Sie in Ihrem Programm breiteren Raum widmen. Bei der Vorbereitung meiner Begrüßungsrede bin ich auf die damalige Rezensionen zu dem Buch von Krass gestoßen und war überrascht, dass diese in den Feuilletons der großen Zeitungen und insbesondere bei Herrn Reich-Ranitzki gar nicht so positiv ausfielen. Die Hauptfrage reicht ja bis in die Gegenwart. Geht das eigentlich, von außen auf ein Land zu schauen, das 45 Jahre lang andere Wege ging, das am Ende eine eigene Nation sein wollte? Aber wie erging es uns denn hier hinter dem eisernen Vorhang mit unserer Sicht auf den Westen? In Suhl konnte man überall Westfernsehen schauen. Manche behaupten bis heute, hier im fränkischen Teil Thüringens seien ARD und ZDF überall zu empfangen gewesen, das DDR-Fernsehen hingegen manchmal nicht. Was wussten wir wirklich von den Verhältnissen in der Bundesrepublik? Und was davon wirkt bis heute weiter? Dass Sie nun in Ihrer täglichen Arbeit vor Ort richtigstellen, gerade rücken, erläutern müssen. Wie oft müssen wir den sich Ausbreitenden oft zu einfachen Darstellungen widersprechen? Ein weites Feld trägt diese lapidare Bemerkung einmal ganz ohne Günter Grass betrachtet nicht sogar einen Hauch von Resignation in sich? Schaffen Sie es in diesen drei Tagen hier im Ringberghotel diesen resignativen Anklang in Mut und Zuversicht zu verwandeln? Wie bei Grass mag es dabei auch hier um Biografien gehen, die gerade in ihrer Unterschiedlichkeit die Situation von einst lebensnah spiegeln können. So wie die von Ihnen eingeladenen Referenten und Gesprächspartner ihre eigenen biografischen Bezug einbringen werden. Davon ist in der Bewertung niemand von uns frei. Haben wir uns in den beinahe 35 Jahren nach der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung 1990 aufeinander zubewegt? Oder driften wir gerade zwischen Ost und West wieder auseinander? Ist das vielleicht der Normalzustand im Leben? Sich bewegen schafft neue Einsichten, neue Räume, neue Freunde und neue Bewertungen. Sind Sie als Historiker und Geschichtsinteressierte der Fels in der Brandung, an dem die Rasanz mancher Entwicklungen einfach abprallt? Oder schaffen Sie durch Ihre Arbeit nicht eher wichtige Grundlagen dafür, dass wir über viele weite Felder hinweg miteinander im Dialog bleiben können? Wir sollten hungrige Fragen mehr Raum einräumen als satten Antworten. Wir sollten nie das Zuhören verlernen und nicht ausgrenzen, bevor wir einander angehört haben. Ich kann Ihnen hier das Beispiel liefern, was Geschichte mit einer Stadt wie Suhl anrichtet, was die Bürgerinnen und Bürger unserer Kommune über Jahrhunderte hinweg selbst verursachten oder aber doch auch fremdbestimmt über sich ergehen lassen mussten. 1634 raffte der Dreißigjährige Krieg unsere Stadt ganz dahin. Eine reiche Stadt, die durch Eisenfunde und daraus produzierte Erzeugnisse vermögend geworden war. Und womit war, nicht nur seinerzeit, das meiste Geld zu verdienen mit Waffen, deren Freund und Feind verkauft wurden, was der jeweils andere, der sich unserer Stadt näherte, eben auch wusste. Wir leben hier als Waffenstadt, einen Begriff, den wir heute vor allem auf unsere vorzüglichen Jagd- und Sportwaffen beziehen, auf unsere weltmeisterlichen Sportanlagen für den Schießsport, auf die hohe Kunst der Gravuren und auf Luxuswaffen, deren Fertigung übrigens auch über die ganze Zeit der DDR nie abbrach. Bewegen wir uns da in einem weiten Feld zwischen versteinerter Geschichte und dynamischer Erinnerung, um den Gedanken des heutigen Podiumsgesprächs einmal aufzunehmen. Gerade die DDR-Zeit brachte unserer Stadt einen ungeahnten Aufschwung. Von 24.000 Einwohnern im Jahr 1952, als wir Bezirksstadt jenes fränkischen Teils von Thüringen wurden, bis zum jähen Ende des Sieges über die Geschichte, wie uns das Leben hier schmackhaft gemacht werden sollte, wuchsen wir bis auf 56.000 Einwohner an. Bei schönem Wetter können Sie von hier oben noch die architektonischen Glanzstücke jener Zeit bewundern und die freien Flächen aus der Zeit danach. Für uns als Kommunalpolitiker war das durchaus ein ganz nahes Feld, zogen die Menschen doch nach 1990 der Arbeit nach, die es vielfach hier nicht mehr gab. Wie spiegelt sich das in den Biografien der Menschen, in ihrer Erinnerung und damit auch in ihren politischen Ansichten bis heute wieder? Hat dieser Bruch in den meisten der hiesigen Biografien nicht auch Auswirkungen auf die Einstellungen bis heute, bis hin zur Uneinsichtigkeit gegenüber sachlichen Argumenten? Ich bin gespannt, welche Lösungen in diesen drei Tagen hier angeboten werden, welche Fingerzeige gegeben werden und um jenes sich verstärkende Sprachlosigkeit zu überwinden. Ich nenne Ihnen zwei Beispiele, wie wir in Suhl versucht haben, Menschen an Geschichte heranzuführen. Wir sind ja hier auf einer Geschichtsmesse. Das waren zum einen Schülerprojekte zur Erforschung der lokalen Geschichte. Wie sah der Nationalsozialismus konkret in unserer Stadt aus? Wo wohnten die Kaufleute oder Ärzte, die dann wegen ihres jüdischen Glaubens vertrieben wurden? An welcher Ecke der Stadt stand der berüchtigte Stürmerkasten? Wer stand davor und las die schändlichen Pamphlete? Das ist durchaus ein Weg, junge Menschen resistenter zu machen gegen einfache Antworten auf alles. Auf das zweite Beispiel bin ich schon ein bisschen stolz. Seit 2001 publizieren wir Jahr für Jahr eine eigene kleine Suhlereihe. Forschungsdetails zu unserer eigenen Geschichte, von Hiesigen verfasst und von der Stadt kofinanziert über alle Haushaltsprobleme hinweg. Die Palette reicht von Biografien, von Ärzten, Schriftstellern, unserem einst vielleicht berühmtesten Sula, Herbert Roth, über bedeutsame und manchmal weniger bedeutsame Einrichtungen unserer Stadt, von Schmieden bis Museen, unserem neuen Haus der Geschichte und anderen. Was sagt die Geschichte der Schwimmbäder einer Stadt über deren Entwicklung aus, über die Leistungen unserer Menschen damals bis heute? Im Dezember hervorigen Jahres konnten wir Heft 70 zur Premiere bringen. Erforschung der eigenen Geschichte ist konkretes Stück Heimatliebe. Sie trägt zum Stolz über das Erreichte einst und jetzt bei. Das ist es, was wir tun können, hier vor Ort und damit unseren Teil dazu beitragen, dass es nicht zur Sprachlosigkeit über unterschiedliche Epochen und über unterschiedliche Anschauungen kommt. Vergleichbares wünsche ich Ihnen hier zur 16. Geschichtsmesse der Stiftung Aufarbeitung in unserer Stadt. Noch einmal herzlich willkommen und der Tagung besten Erfolg. Applaus Herzlich willkommen zur 16. Geschichtsmesse im wunderschönen Suhl, was Sie hinter uns sehen. Es ist kalt, aber wir hoffen, die Sonne kommt bald heraus. Ich bin Sabine Kuder. Mein Name ist Michael Wellmann. Und wir haben uns überlegt, dass wir auch in diesem Jahr wieder die allgemeinen Informationen zur Geschichtsmesse als Videotutorial machen möchten. Ja, und hier im Hotel ist es heute Morgen Gott sei Dank ein bisschen wärmer als draußen. Und hinter mir sehen Sie den Welcome Desk, der jeden Tag zwischen 8.30 Uhr und 20.30 Uhr besetzt sein wird. Und unsere Kolleginnen und Kollegen vom Team der Geschichtsmesse erkennen Sie an den roten Bändern. Und Sie können uns bitte jederzeit und gerne ansprechen. Hier sehen Sie schon das erste Inhalt, hier Highlight unserer diesjährigen Geschichtsmesse. Unsere niegelnagelneue Ausstellung zu Friedliche Revolution und Deutscher Einheit, die wir anlässlich des Jahrestages 35 Jahre angefertigt haben. Sie können sie hier angucken und Sie können sie aber auch am Welcome Desk gleich bestellen. Hinter uns sehen Sie die Philharmonie. Das ist das Restaurant, in dem wir alle unser Frühstück, Mittag und Abendessen einnehmen. Frühstück ab 7 Uhr. Alle anderen Zeiten finden Sie im Programm. Und hier geht es die Treppe runter ins untere Foyer. Dort finden dann morgen die Sektionen am Freitag statt. Ja, wir befinden uns jetzt im Foyer des Untergeschosses und hier werden während der gesamten Geschichtsmesse alle Kaffeepausen stattfinden. Sie sehen hier außerdem hinter mir zum einen die Ausstellung Gestohlene Kinder und zum anderen die Ausstellung Aufarbeitung, die DDR in der Erinnerungskultur. Und hinter all diesen Türen, die von hier unten abgehen, dort finden dann morgen die einzelnen Sektionen statt. Und, nicht zu vergessen, noch eine kleine Anmerkung. Hier im Vorraum befinden sich die Toiletten. Hinter dieser Tür tagt unser jährlicher Stipendiatenworkshop. Die Doktorandinnen und Doktoranden der Bundesstiftung Aufarbeitung sitzen hier und arbeiten drei Tage lang, stellen sich gegenseitig ihre Projekte vor und diskutieren sie. Wir müssen jetzt ein bisschen leise sein, können aber mal reingucken. Ja, und hier an der Bar Smalltalk können wir dann am Abend nach Ende des offiziellen Programms unsere Debatten und Gespräche weiterführen. Und anders als die Getränke auf der Tagung sind die Getränke an der Bar leider nicht all inclusive. Hier, wie draußen in der Lobby, ist der Markt der Möglichkeiten. In diesem Jahr, so viele Institutionen, Einrichtungen stellen sich vor wie noch nie. 47. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier Ihre Arbeit und Ihre Produkte vorstellen. Das ist der Herbert Ruhzahl. So sieht er aus, wenn er leer ist. Wenn Sie den Film gucken, ist er voll gefüllt. Hier finden alle unsere Plenumsveranstaltungen statt. Herzlich willkommen nochmals zur 16. Geschichtsmesse. Ja. Und Schnitt. Und Schnitt. Sie sehen, wir achten auf die Anschlüsse in den Filmen, die wir drehen. Soweit unser kurzes Videotutorial, was wir tatsächlich heute Morgen gedreht haben und geschnitten haben. Endlich wieder Geschichtsmesse. Und auch wenn wir hier viele bekannte Gesichter sehen, so sind natürlich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Teilnehmer und Teilnehmer hier, die zum ersten Mal hier sind. Insofern würden wir Ihnen gerne noch einige weitere wichtige organisatorische Hinweise hier geben, die, bevor wir dann mit dem Programm starten. Ja, zunächst zum besonderen Erlebnis der alljährlichen Geschichtsmesse hier oben auf dem Ringberg gehören traditionellerweise auch zwei Dinge abseits unseres Programms. Erstens, man kommt während der dreitägigen Konferenz nicht so ohne weiteres von hier weg. Und zweitens, die Internetanbindung an den Rest der Welt war in den letzten Jahren leider nicht besonders zuverlässig. Die technische Situation hier vor Ort scheint sich seit der letzten Geschichtsmesse verbessert zu haben. Wir sind aber in unserer Planung lieber vorsichtig geblieben und werden trotz der vielen digitalen Themen auf der Geschichtsmesse überwiegend analog unterwegs sein, auch was die Publikumsbeteiligung angeht. Wir werden aber wie immer alle Veranstaltungen im Plenum in voller Länge aufzeichnen und nach der Geschichtsmesse auf www.geschichtsmesse.de und auf YouTube einstellen. In unserem ebenfalls analogen Lesebuch, was Sie hoffentlich alle gesehen haben, es ist ja sehr neu in diesem Jahr, haben wir neben der Beschreibung der 51 Projekte, die sich vorstellen, auch einen Fragebogen. Und jetzt wird es wichtig, diesen Fragebogen bitte sollten Sie ausfüllen, ankreuzen, wo Sie morgen an welcher Sektion Sie teilnehmen wollen. Die Seminarräume sind unterschiedlich groß und wir müssen die entsprechend zuteilen. Und bitte nutzen Sie nicht die bunten Klebepunkte, die vor Ihnen liegen dafür, die sind für einen anderen Zweck. An dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis an alle, die Ihre Projekte vorstellen. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie Ihre Projekte hier vorstellen wollen und falls Sie uns die Präsentation noch nicht übersendet haben, dann bitte geben Sie die in der Pause um 16.45 Uhr spätestens vorne am Welcome-Desk ab. Ja, und wir berichten auf der Geschichtsmesse auch auf X-Formats Twitter sowie auf Facebook und unserem neuen WhatsApp-Kanal. Für die Bundesstiftung wird in diesem Jahr unser Kollege Jeremy Conner fleißig texten und twittern. Wir möchten Sie ermutigen, das unter dem Hashtag Geschichtsmesse auch zu tun. Alle Infos zu den Kanälen finden Sie vorne im Lesebuch. Die Konferenztechnik hier im Saal und in den Seminarräumen wird auch in diesem Jahr wieder die Firma Concept Media betreuen. Vielen Dank an dieser Stelle schon einmal an Sie, lieber Herr Adrian, und Ihre Kollegen hier vor Ort. Und unser Dank gehört außerdem Herrn König und seinem Team vom Ringberg Hotel für die, wie immer, hervorragende Zusammenarbeit bei der Vorbereitung der Geschichtsmesse. Stichwort Programm. Wir haben auch in diesem Jahr wieder ein, wie wir hoffen, spannendes und vielfältiges Programm für Sie vorbereitet und möchten dabei auch neue Formate ausprobieren. Zunächst aber, wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr erstmals die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Frau Staatsministerin Claudia Roth, bei uns hier auf der Geschichtsmesse begrüßen dürfen. Herzlich willkommen. Wir haben im vergangenen Jahr, diejenigen, die dabei waren, beim Abschlusspodium die Frage gestellt, wie wir erinnern für die Zukunft. Und wir möchten die direkt daran anschließen und das Thema vor dem Hintergrund der aktuellen, oft auch hitzigen Debatten weiter vertiefen. Und wie immer werden wir auch im gesamten Programm auch über unseren deutschen Tellerrand hinausschauen. Herzlich willkommen an unsere Kolleginnen und Kollegen, die nicht aus Deutschland stammen. Unter dem Titel Versteinerte Geschichte versus dynamische Erinnerungen wollen wir gleich anschließend unter anderem danach fragen, ob sich gerade eine neue Einordnung oder gar Neubewertung der kommunistischen Diktaturen unserer Erinnerungskultur vollzieht. Es folgt dann nach einer Kaffeepause unser Programmpunkt Die bunte Welt der Aufarbeitung, in dem wir Sie zum einen hier im Publikum fragen möchten, welche Themen Sie 2024 in Ihrer Arbeit bewegen werden. Zudem präsentieren wir Ihnen auch wieder die Angebote der Bundesstiftung Aufarbeitung in diesem Jahr mal in ganz neuer Form. Es folgt am Abend eine Lesung, in der wir das Thema des heutigen Nachmittags auf der Ebene der Familie betrachten möchten. Über die Diktatur im Familiengedächtnis sprechen dann die Autorin Ines Geipel und Hendrik Bolz, auch bekannt als Testo, ebenfalls Autor und, Sie wissen das alles, als Rapper auch Teil der Band Zugezogen Maskulin. Und jedes Jahr nehmen wir auf der Geschichtsmesse auch die praktischen Fragen der Vermittlungsarbeit in den Blick. Am Freitagmorgen werden wir daher starten mit dem Podiumsgespräch Geschichte für alle. Praktikerinnen und Praktiker aus der historisch-politischen Bildungsarbeit werden sich darüber austauschen, wie Erinnerungskultur und historische Bildung angesichts unserer zunehmend diverseren Gesellschaft gestaltet werden können. Der weitere Tagesverlauf am Freitag wird dann ganz im Zeichen Ihrer Projektpräsentation stehen. Gesondert hinweisen möchten wir dabei auf den Workshop Seelenarbeit im Sozialismus, der morgen Vormittag parallel zu den Sektionen angeboten wird. Alle Informationen hierzu finden Sie in unserem Lesebuch. Ja, und der Freitag endet dann nach einem langen und sicher spannenden Konferenztag mit einer dokumentarisch-musikalischen Zeitreise in die 1970er und 1980er Jahre Ostberlins, auf die uns die beiden Künstlerinnen Bibiana Malay und Grit Dias de Arthe mitnehmen werden. Sie werden anhand von authentischen Zeugnissen aus Ihrer Kindheit erzählen, wie Sie als Kinder afrikanischer Väter den Alltag in der DDR erfahren haben. Am Schlusstag der Geschichtsmesse werden wir uns dann in einem neuen Format der Selbst- und Fremdwahrnehmung von Ost und West und der Frage von Identitäten widmen. Wir weiten in drei Gesprächsrunden den Blick nach Osten und fragen die Kolleginnen aus Albanien und Polen nach ihrem Blick nach Westen. Ich darf nun überleiten zu unserem ersten Programmpunkt, bestehend aus Vortrag mit anschließendem Podiumsgespräch. Das Podium wird Ihnen dann von unserem Moderator Korbinien Frenzel vom Deutschlandfunk näher vorgestellt, der das Gespräch moderieren wird. Wir freuen uns nun sehr, liebe Frau Roth, auf Ihren Vortrag. Wir fühlen uns sehr geehrt, wie schön, dass Sie den Weg auf den Ringberg gefunden haben. Das Podium ist Ihres. Einen schönen guten Tag von mir. Was für eine herzliche Begrüßung. Wunderbar. Ich bin nicht zum ersten Mal in Suhl, zum allerersten Mal. Ich habe es dem Oberbürgermeister schon erzählt. Ende November 1996. Wir waren total eingeschneit. Bundesparteitag von Bündnis 90 Die Grünen in Suhl. Ich erinnere mich weniger an den Streit, sondern an die vielen Kräutermännchen, die ich da, nein, Räuchermännchen, weil ich dann für Weihnachten Räuchermännchen, ein ganzes Paket eingekauft habe für meine ganze Familie. Die haben Suhler Räuchermännchen bekommen. Also ich freue mich, hier zu sein bei Ihnen. Es ist ein unglaublich spannendes Programm, das ich leider nicht in Gänze genießen kann. Aber ich begrüße jetzt ganz herzlich auch noch mal liebe Frau Kaminski, sehr geehrter Oberbürgermeister André Knapp, liebe Madeline Hempfling. Der Landtag ist also auch vertreten, sehr gut. Liebe Evelyn Zupke, lieber Markus, Markus Meckel, lieber Uwe Neumärker. Ich könnte noch viele andere lieben, hier begrüßen, aber dann reicht die Redezeit nicht aus. Wenn Diktaturen sterben, sind manche Menschen ihres Lebens nicht mehr sicher, weil ihnen die Gewissheiten abhanden kommen, die die herrschende Politik bis dahin definiert hat. Als die Staatsführung der DDR 1989 ihr Ende vor Augen hatte und tausende BürgerInnen friedlich demonstrierend durch die Städte zogen, nahm sich der Major der Staatssicherheit, Armin Knoll, im dritten Obergeschoss der Suhler Stasi-Zentrale das Leben. Er setzte sich am 4. Dezember 1989 die Dienstwaffe an die Schläfe und beendete seinen Dienst an der Deutschen Demokratischen Republik. Bis heute sind die Motive umstritten. Der damalige Leiter der ostdeutschen Geheimpolizei im DDR-Bezirk Suhl, Generalmajor Gerhard Lange, machte später den, Zitat, Psychoterror der Demonstranten und Demonstrantinnen verantwortlich, der für Knoll, Zitat, nicht mehr zu ertragen gewesen sei. Wir wissen, Sie wissen, dass die Angst, wenn sie Major Knoll tatsächlich empfunden haben sollte, unbegründet war. Weder in Suhl noch an anderen Orten kam es zu Übergriffen von Demonstranten und Demonstrantinnen gegen Stasi-Offiziere. Nach dem Diensttagebuch eines Mitarbeiters hinterließ Knoll aber in seinem Schreibtisch einen Abschiedsbrief mit den Worten, ich zitiere, ich war immer ein anständiger Offizier, ich schieße nicht auf das Volk, Zitat Ende. Demnach hielt es übrigens nicht nur Knoll angesichts der Situation auf der Straße immer noch für denkbar, dass ein Schießbefehl erteilt werden könnte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die diesjährige Geschichtsmesse hat nicht ohne Grund das Thema ein weites Feld, neue Perspektiven auf die Aufarbeitung von Diktaturen in Deutschland und Europa. Gerade im vergangenen Jahr haben wir eine intensive Debatte über den Blick auf die DDR erlebt. Diese Debatten haben auch mir, die im Südwesten der heutigen Bundesrepublik aufgewachsen ist, gezeigt, dass man den Menschen, die in der DDR geboren wurden, viel mehr und viel intensiver zuhören muss, weil vor allem Westdeutsche wie ich noch immer zu wenig, viel zu wenig über ihre Geschichte und ihren Alltag wissen. Es ist die Geschichte eines anderen deutschen Staates, der mit autoritären Mitteln in das Leben seiner BürgerInnen eingriff, es überwachte, es reglementierte und jeden Schritt vom Wege sanktionierte. Es ist aber auch die Geschichte seiner Bürger und BürgerInnen abseits staatlicher Gängelung. Es ist auch die Geschichte einer friedlichen Freiheitsbewegung. Die Aufarbeitung der Geschichte befindet sich in einem Wandel. Die Erfahrungen der Erlebnisgeneration werden abgelöst von einer zunehmenden Historisierung der DDR. Und die historische Aufarbeitung muss sich der Kritik erwehren, zu einseitig zu sein. Wichtige Aspekte der Alltagskultur und der Lebensrealität der Menschen in der DDR unberücksichtigt zu lassen. Sie muss sich der Frage stellen, wie zeitgemäß, wie relevant die Aufarbeitung des SED-Unrechts heute noch ist. Heute noch ist. Meine Antwort wäre, die Auseinandersetzung mit menschenverachtender Repression, mit staatlich begangenem Unrecht ist heute, in einer Zeit, in der die Demokratie offen infrage gestellt wird, im Westen wie im Osten Europas, wichtiger denn je. Schon deshalb ist Suhl in Thüringen als Tagungsort der Geschichtsmesse sehr gut gewählt. Denn hier ist ja die Erinnerung an die friedliche Revolution von 1989 den meisten Menschen noch präsent. Das ist eine der entscheidenden Erfahrungen von 1989. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss und sie musste immer wieder erkämpft und erarbeitet werden. Und sie muss immer wieder gerade jetzt verteidigt, geschützt und erweitert werden. Voraussetzung dafür ist aber, den Wert, den Wert von Demokratie und Rechtsstaat überhaupt zu erkennen und zu verstehen, welche Auswirkungen die Frage Diktatur oder Demokratie auf die eigene Lebenswirklichkeit, auf die Möglichkeit, ein freies, ein selbstbestimmtes Leben zu führen hat. Die Auseinandersetzung mit den Mechanismen der SED-Diktatur und dem in ihrem Namen begangenen Unrecht ist ein unverzichtbares Gegenmittel gegen totalitäre und extremistische Strömungen, gegen populistische Parolen und Fake News. Sie sollte es zumindest sein. In einem Land mit diesen Erfahrungen sollte ein rechtsextremer Politiker, der mit Billigung der Justiz Faschist genannt werden darf, keine Chance haben, in freien Wahlen auch nur eine Stimme zu erhalten. Die in der DDR geborenen Bürger und Bürgerinnen wollen sich ihre Geschichte zu Recht nicht von Bürgern und Bürgerinnen der Bundesrepublik erklären lassen. Und sie müssen sich auch die Demokratie, die sie erstritten haben, nicht von ihren Brüdern und ihren Schwestern in der BRD erklären lassen. Warum dann aber von einem 1973 im nordrhein-westfälischen Lünen geborenen und in Hessen lebenden rechtsradikalen Demokratiefeind? Wer auf aktuelle Umfragen in unserem Land schaut, muss im Westen wie im Osten darüber erschrecken, wie viele Menschen sich aktuell vorstellen können, eine rechtsextremistische Partei zu wählen, die uns zurück in finsterste Zeiten katapultieren will und uns überdies erklären will, wer Deutscher ist und wer nicht, wer zu uns gehören soll und wer nicht. Und ich sage explizit, auch im Westen, auch im Süden, auch in meiner Stadt in Augsburg war die traditionelle U-18-Umfrage vor der Landtagswahl wirklich erschreckend, weil plötzlich bei den U-18-Jährigen die AfD ganz vorne war, im schönen, bunten, sehr diversen Augsburg. Demokratie, sie ist schwer zu erringen, aber sehr leicht zu verlieren. Und unsere Demokratie, auch unsere Demokratie, ist nicht immun. Sehr geehrte Anwesende, die Aufarbeitung hat in den vergangenen Jahren sehr viel erreicht. Unser ganz großer Dank gilt den Akteuren und Akteurinnen in all den Aufarbeitungs-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen und dabei in besonderem Maße den Aktiven aus der Erlebnisgeneration, die einige dieser Einrichtungen überhaupt erst ins Leben gerufen haben. Sie alle haben sich nach dem Ende der SED-Diktatur mit ihrem Erfahrungswissen und großem Engagement dafür eingesetzt, dass uns heute ein umfassendes Wissen über die DDR zur Verfügung steht. Sie haben damit wesentlich zu einer gesellschaftlichen Einordnung dieses Teils der Geschichte, unserer deutschen Geschichte beigetragen. Und viele von Ihnen sind ja heute hier in diesem Saal. Unverzichtbar und Verpflichtung ist auch die Erinnerung an die Opfer und das Ihnen widerfahrene Unrecht. Das gilt im besonderen Maße, da noch viele der Betroffenen unter uns sind oftmals aktiv als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und in Aufarbeitungseinrichtungen. Ihre Erfahrungen und Lebensgeschichten sind wertvoll, gerade für junge Menschen, aber nicht nur für junge Menschen, die die DDR nicht selbst erlebt haben. Sie sind Teil unserer gesamtdeutschen Geschichte. Und liebe Evelyn Zipke, ich bin dir von Herzen dankbar, dass du mich an die Hand genommen hast nach Hoheneck und dass wir mit Frauen, die dort unendliches Unrecht erleben mussten, geredet haben. Andersrum, dass ich zugehört habe, dass ich Ihnen zugehört habe, dass sie mir erzählen konnten, wie groß das Unrecht war. Und ich bin dir auch dankbar für die erste Begegnung mit einem Mann, der von seinem eigenen Trauma berichtet hat, weil er im Jugendwerkhof war, in Torgau. Auch ihm zuhören, ich glaube, das ist wichtig, dass wir zuhören lernen und Geschichten zum Hören bringen. Richtig ist aber, dass in einer sich wandelnden Gesellschaft, in einer diversen Gesellschaft, in einer Einwanderungsgesellschaft Aufarbeitung und der Umgang mit der eigenen Geschichte dynamisch und lebendig bleiben muss, um wirklich in die Breite der Gesellschaft hineinwirken zu können. Das funktioniert, wenn immer wieder neue, zeitgemäße, inklusive Vermittlungsansätze gefunden werden, die sich an alle Menschen wenden, unabhängig von Alter, von Herkunft, von Vorbildung. Und wichtig ist dabei aber auch, das haben die Debatten des vergangenen Jahres, glaube ich, sehr gut gezeigt, dass sich diejenigen, die die DDR-Geschichte in besonderem Maße betrifft, also die Menschen, die ihre Sozialisierung in Ostdeutschland haben, in der Aufarbeitung auch wirklich wiederfinden, dass es auch ihre Aufarbeitung ist. Hier gilt es, aufmerksam, sehr sensibel und empathisch zu sein, ohne aber dabei die Geschichte zu vereinfachen oder die SED-Diktatur zu verharmlosen, wie es leider in der Vergangenheit immer wieder geschehen ist. Das heißt also, wir müssen Wege aufzeigen, dass die Lebensrealität und Erinnerung von Ostdeutschen nicht im Widerspruch steht mit der Aufarbeitung des SED-Unrechts und der Einordnung der DDR als Diktatur. Und nicht zuletzt müssen wir auch die Erfahrung derjenigen anerkennen, die mit der deutschen Einheit und der Transformationszeit aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen wenig Positives verbinden, die Verlust erleiden mussten, die, wie Professor Haltmeier vor Jahren geschrieben hat, einen Verlust von Heimat erlebt haben, da, wo sie dazugehören oder wo sie gebraucht werden. Zeitgemäße Aufarbeitung und Geschichtsvermittlung findet in vielfacher Weise statt und ist stetig in der Weiterentwicklung, in den Gedenkstätten, in den Bildungseinrichtungen, in den Aufarbeitungsinitiativen. Unser Haus und wunderbare Kolleginnen und Kollegen sind heute anwesend. Unser Haus betreut oder fördert umfassend die Arbeit zahlreicher Einrichtungen im ganzen Bundesgebiet. Und wir könnten noch viel mehr, bitte grüßen Sie den Finanzminister oder die Finanzminister, Sie widmen sich der Erinnerung an die Opfer, an Repressionen und Widerstand und an das unmenschliche Grenzregime der SED-Diktatur. Voran steht das Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv, in dessen Akten die rechtswidrige und menschenverachtende Tätigkeit der Staatssicherheit gegen das eigene Volk dauerhaft dokumentiert ist. Beispiele gefördeter Einrichtungen sind die Stiftung Berliner Mauer, die Gedenkstätte Hohenschönhausen, die Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau, die Frauenhaftanstalt Hoheneck, die Robert-Hawemann-Gesellschaft, das Deutsch-Deutsche Museum Mödler-Reuth und die Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn, wo Ost- und West-Erfahrungen zusammenkommen. Ich hatte dort eine wunderbare Begegnung mit Vertretern des Landes, Ost und mir aus West kommt und wir haben uns gegenseitig erzählt, was das eigentlich war. Ich bin jedes Mal mit meinem mit Aufklebern bestückten Auto stundenlang kontrolliert worden und sie haben auf der anderen Seite erzählt. Und einfach sich die Zeit zu nehmen, auch das zu erzählen, sich auszutauschen, diese Perspektiven zusammenzubringen, ist, glaube ich, von großer Bedeutung. Auch die Union der Opferverbände kommunistischer Gewalterschaft darf bei dieser überhaupt nicht abschließenden Aufzählung natürlich nicht fehlen. Eine sehr, sehr wichtige Akteurin, ich habe sie schon genannt, ist die SED-Opferbeauftragte des Deutschen Bundestags, Evelyn Zubke, die mit ihrer herzensoffenen und warmen Freundlichkeit ein Engagement führt, das von ganz, ganz großer Bedeutung ist. Und last but not least, die Stiftung, selbstverständlich die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, liebe Frau Kaminski, als bundeseigene Einrichtung, die neben ihren zahlreichen anderen Aktivitäten und Projektförderungen für die nächsten Tage ja hier Gastgeber ist und wie kreativ das Programm ist. Sie haben es ja schon gerade gehört, was sie alles erleben werden und genießen werden und in sich aufsaugen werden. Und dafür ist die Geschichtsmesse wirklich ein wunderbarer Raum. Ein wunderbarer Raum für Diskurs, für Vernetzung, für Austausch, für neue Ideen, auch sicher für streitbare Auseinandersetzung und für Kontroverse, was ja zu einer Demokratie gehört. All diese Einrichtungen stellen sich in beeindruckender Weise der Herausforderung, das Wissen um die SED-Diktatur und ihre Auswirkungen für möglichst viele Menschen zugänglich und nachvollziehbar zu machen. Und dafür gebührt Ihnen aller, allergrößter Dank. Mir ist eine zeitgemäße Erinnerungskultur für unsere zunehmend bunte und diverse Gesellschaft auch persönlich ein Herzensanliege. Viele von Ihnen wissen, dass wir uns zurzeit in einem Diskussionsprozess über ein Rahmenkonzept Erinnerungskultur befinden. Es soll einen Rahmen für eine lebendige und auf die Zukunft unserer Demokratie die ausgerichtete Erinnerungskultur beschreiben und dabei auch verstärkt Bezug auf das Thema Erinnerungskultur und Einwanderungsgesellschaft nehmen. Mit dem Bundesprogramm Jugend erinnert hat bereits in den vergangenen Jahren eine Erfolgsgeschichte begonnen, die wir nun fortschreiben. Die Förderlinie SED-Unrecht hat ihre erste Förderrunde Ende 2023 beendet. Es konnten fast 50 Projekte gefördert werden, in denen junge Menschen sich intensiv und in innovativen Formaten mit der SED-Diktatur auseinandergesetzt haben. Zudem gab es eine intensive Vernetzung und einen Erfahrungsaustausch unter den vielfach selbst noch jungen Projektträgern. Das Programm wurde inzwischen weiter modernisiert und soll nun verstetigt werden. Mit der Modernisierung soll das Spektrum an Themen und an Zielgruppen noch weiter gefasst werden als zuvor und es ist wichtig, dass dieses Programm sich nicht nur an junge Menschen richtet, Jugend erinnert, sondern auch von jungen Menschen ganz wesentlich mitgestaltet wird. Insbesondere soll die Einwanderungsgesellschaft stärker einbezogen werden, inklusive Ansätze, queere Perspektiven mit in den Fokus rücken, sowie das Thema Rechtsextremismus verstärkt adressiert werden. Die Neuausschreibung für die Förderlinie SED-Unrecht schon in nächster Zeit, sie ist avisiert. Ich hoffe, bei Jugend erinnert auch dieses Mal wieder auf vielfältige, auf kreative Projektideen, die viele junge Menschen begeistern können, die viele junge Menschen mobilisieren können, sich einzumischen, sich einzubringen in ihr Leben. Mein besonderer Dank geht dabei an die Stiftung Aufarbeitung und die Kolleginnen und Kollegen vom Projektbüro, die die Umsetzung der Förderlinie von Beginn an begleitet und maßgeblich zum Erfolg des Programms beigetragen haben. Das alles ist wichtig. In einer lebendigen Demokratie ist es unverzichtbar. Aber entscheidend ist, entscheidend ist das Bewusstsein aller Menschen, dass Demokratie mehr ist als eine Staats- und Regierungsform. Demokratie ist eine Lebensform, die jeden und jede willkommen heißt, der andere willkommen heißt, unabhängig von deren Herkunft, Alter, Geschlecht, Religion oder sexueller Identität. Mit anderen Worten, sie ist alles, was die Diktatur bekämpft. Diktaturen zerfallen in Täter und Opfer und spalten die Gesellschaft. Sie wollen keine Kunst, sie wollen keine Meinungsfreiheit, kein Demonstrationsrecht, kein selbstbestimmtes Leben. Demokratien vereinen Menschen, geben ihnen die Möglichkeit der Mitgestaltung und der Teilhabe. Und darin besteht ihr Sinn und ihr Wert für uns alle. Wir sollten uns nicht zuletzt in Zeiten wie diesen, dessen bewusst sein. Nicht zuletzt in Zeiten, wo Menschen in der Ukraine jeden Tag genau für diese Werte kämpfen, sich einsetzen, weil sie wie wir Bürgerinnenrechte, Menschenrechte wollen, weil sie Freiheit wollen, Selbstbestimmung wollen und weil sie sich wie wir als Europäer und Europäerinnen fühlen, was sie auch sind. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, liebe Claudia Roth, und jetzt haben Sie sich gerade hingesetzt und ich kann Sie eigentlich auch gleich auffordern, wieder zurückzukommen und natürlich auch alle anderen Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer, damit wir jetzt gemeinsam ins Gespräch kommen können. Und während wir das tun, das ist ja immer so, wenn man so Lücken hat, das überbrückt man am besten mit Applaus. Also wenn Sie uns sozusagen alle mit einem Applaus hier auf die Bühne bitten, dann kann ich nämlich auch, Sie müssen jetzt so lange klatschen, bis wirklich alle da sind. Ich weiß nicht, Sie zögern noch so ein bisschen, dass wir hier gemeinsam auftreten. Wunderbar. Und während wir das langsam tun, beginne ich auch schon mal mit der Vorstellung und ich fange mal mit Luisa Slavkova an, die nämlich, ich würde sagen, die weiteste Anreise hatte aus Bulgarien, aus Sofia, aus der Hauptstadt dort. Die Direktorin der Sofia-Plattform ist uns sicherlich auch noch das ein oder andere dazu erklären kann, was das ist, was Sie dort tun. Ich kann es, glaube ich, so zusammenfassen. Sie kümmern sich um etwas, was Sie als einen Prozess beschrieben haben, der hier sehr viel mehr vorangeschritten ist als in Bulgarien, nämlich der Aufarbeitung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und ein herzliches Willkommen auch an Uwe Neumerker, den Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Schönen guten Tag. Der schon festgestellt hat, Claudia Roth und ich, wir haben uns abgestimmt, farblich, was die Moderationskarten und Pullover angeht. Claudia Roth haben Sie schon kennenlernen dürfen und kannten Sie wahrscheinlich auch bereits vorher, genauso wie wahrscheinlich Professor Martin Sabro, Historiker an vielen interessanten Stellen, schon in dieser Republik, unter anderem zuletzt lange an der Spitze des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. Herzlichen Willkommen auch an Sie. Und definitely, last but not least, Sabine Rennefanz, eine Frau, die Sie sicherlich von Ihren Texten her kennen, lange bei der Berliner Zeitung, dort unter anderem auch für eine Zeit in London, jetzt seit einiger Zeit beim Berliner Tagesspiegel und auch als Kolumnistin beim Spiegel. Frau Rennefanz, auch an Sie ein herzliches Willkommen. Ich freue mich ja immer und damit bin ich bei Herrn Neumärker, wenn schon erste Irritationen auftreten, als wir in Kontakt getreten sind, schrieb mir Herr Neumärker, Sie hadern mit dieser Frage oder mit diesem Motto dieses Panels, das wir haben. Versteinerte Geschichte versus dynamische Erinnerung. Was ist das Hadern? Worin liegt es? Das Hadern besteht vor allem darin, dass ich nicht glaube, dass die Geschichte versteinert ist. Gerade in diesen Zeiten des Krieges gegen die Ukraine, des Krieges der Hamas gegen Israel, kommen die Erinnerungen wieder hoch und sind sehr dynamisch, genau wie die Erinnerung. Und wenn mir eine Holocaust-Überlebende kurz am 8. Oktober letzten Jahres schreibt, das, was sie gerade erlebe, sei schlimmer als die Schoah, dann ist das zwar sehr drastisch formuliert, aber dann zeigt das sehr deutlich, dass diese Geschichte nicht versteinert ist, sondern brandaktuell. Herr Sabro nickt gleich an dieser Stelle. Man könnte ja auch, Herr Sabro, ich gebe Ihnen das mit, sagen, dass ihr ja gerade in dem, was Sie, Herr Neumärker, geschildert haben, natürlich auch genau vielleicht Teil des Problems liegt, gerade in dem, was wir nach dem 7. Oktober gesehen haben, dass man feststellt, es gibt eine Erinnerungskultur, aber möglicherweise war sie so versteinert, dass sie dann im Aktuellen nicht dazu führt, und dass aus dem die richtigen Lehren gezogen wurden. Oh, haben wir genug Mikrofone? Da, okay. Vielen Dank. Ich muss mal vorlesen, was ich mir spontan nach Ihrer E-Mail über den Titel aufgeschrieben hatte. Das Erste war, dass ich das weite Feld von Fontane kenne. Und da ist es der letzte Satz in Ephibris, der da heißt, ach Luise, lass, das ist ein weites Feld, darüber können wir nicht einer Meinung werden. Denn insoweit ist das eigentlich ein Motto, dass es in die Gegenrichtung geht. Aber was ich mir aufgeschrieben hatte, war, dass ich den Spannungsbogen des plakativen Titels eigentlich gar nicht begreife. Stellen dann Geschichte und Erinnerung Gegensätze dar? Ist Erinnerung nicht eine Form der Vergangenheitsvergegenwärtigung, und zwar eine ziemlich problematische, über die wir reden sollen? Und stehen wir Historiker vielleicht als die antiquarischen Buchstaben gelehrten dem gegenüber, wie sie Nietzsche genannt hatte? Das wollte ich Sie eigentlich alles fragen, Herr Frenzel. Aber Sie haben sich das aufgespart fürs Podium. Ja, genau, diese Lebendigkeit, die wir dann jetzt so ein bisschen preisen, die versteinerten Geschichtsverhältnisse zum Tanzen bringt, das ist mir einfach ein bisschen zu viel Pathos. Ich würde eher sagen, dass wir in einer gewissen Krise stecken, in einer historischen Herausforderung im doppelten Sinne, die uns zwingt, die Aufarbeitung, und ich würde sagen, die Ära der Aufarbeitung, auf ihre Stärken und Schwächen hin zu befragen. Und ich komme nachher noch dazu, ich würde dann gerne entwickeln, warum diese Ära der Aufarbeitung sich meines Erachtens ihrem Ende zuneigt. Und ich wüsste kein Forum, vor dem ich das weniger gern sagen würde als hier, wo mich jetzt 300 Gesichter anschauen und sagen, wovon redet der Mann. Aber tatsächlich finde ich, dass wir darüber diskutieren müssen, ob wir nicht tatsächlich eine bestimmte Phase des Umgangs mit, des auch euphorischen Umgangs mit Vergangenheit allmählich an ihr Ende kommen sehen, weil die Herausforderung, vor der wir stehen, diese Form der Aufarbeitung, oder diese Form der Vergangenheitsvergegenwärtigung zum Platzen bringen. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Vorlage. Frau Rennefans, ich würde es mal so formulieren. Wie viel Handlungsbedarf sehen Sie denn? Also sind wir an einem Punkt beim Blick auf die Geschichte im Erinnern, wo Sie sagen, da müssten sich eigentlich Dinge ändern? Na, die Dinge, das haben ja meine Vorredner jetzt auch schon gesagt, die Dinge ändern sich ja ständig. Und diese Versteinerung, ich habe dieses Motto eher, also ich habe auch ein bisschen gesturzt, weil mir ist dann die Formulierung von WG Sebald eingefallen, der ja darüber nachgedacht hat, warum es so lange gedauert hat, bis die Deutschen sich mit der Nazi-Vergangenheit befasst haben. Und er hat dann die Formulierung gewählt, Sie haben Angst davor, zurückzuschauen und zu versteinern. Und das hatte ich ständig im Kopf. Und jetzt habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir haben irgendwie verschiedene Probleme. Wir haben einerseits ein größeres Desinteresse an Geschichte, andererseits gibt es immer weniger aktive Erinnerungen. Frau Kaminski hat das auch angesprochen. Also die Holocaust-Überlebenden werden immer weniger. Die wenigen, die es noch gibt, sind schon sehr alt. Viele andere Dinge sind seitdem passiert. Also wir haben da wirklich, glaube ich, ein großes Problem der Geschichtsvermittlung. Und dann sind wir aber gleichzeitig, und das ist mir bei Ihrer Eingangsrede, Frau Roth, aufgefallen, an so einem Punkt, wo wir uns jetzt doch sehr lange drum herum gedreht haben und aus dieser Spirale müssten wir mal rauskommen. Also ich bin so ein bisschen zusammengezuckt, als Sie gesagt haben, wir müssten einander zuhören. Also ich glaube, das habe ich jetzt schon seit 30 Jahren gehört. Sorry, dass wir uns zuhören. Ich glaube, wo wir jetzt stehen, ist, dass gerade auch, dass nach dem Zuhören auch der zweite Schritt kommen muss. Also Zuhören um des Zuhörenwillens reicht nicht. Unsere Geschichten erzählen reicht nicht. Zumal bei dem Geschichten erzählen auch immer so eine Hierarchie dabei war. Die Westdeutschen hören zu, die Ostdeutschen erzählen und am Ende machen die Westdeutschen dann doch, was sie wollen. Sage ich jetzt mal ein bisschen provokant. Sie können mir da gerne, werden Sie sicher auch widersprechen. Aber ich finde, es muss eben auch jetzt daraus kommen, wir sind an einer Stelle in Deutschland jetzt, wo sich auch westdeutsche Geschichtsschreibung, wo sich auch Westdeutsche hinterfragen müssen, ob das alles so gut funktioniert hat mit der Aufarbeitung seit 1945, wo wir eigentlich stehen und sich da auch selbst hinterfragen. Also das wäre so mein Plädoyer. Ja, vielen Dank. Ich glaube, damit haben Sie gerade schon ein wunderbares Themenfeld aufgemacht, in das wir gleich einsteigen. Ich möchte aber, das provoziert natürlich geradezu, Frau Slavkova, wenn Sie jetzt eigentlich eher am Anfang stehen, in Bulgarien, so haben Sie es dargestellt, aber können Sie gerne auch gleich nochmal ausführlicher darstellen, eine Aufarbeitung und dann hören Sie hier Herrn Sabro, der sagt, wir sind jetzt sozusagen mit der Wehrer der Aufarbeitung vielleicht in dieser Form sogar am Ende. Hören Sie hier gerade mit warmen Ohren zu? Ja, also ich dachte mir, ich wäre die Einzige, die zur Diskussion den Titel des Panels in der E-Mail an Sie gebracht hat, aber da bin ich ein bisschen beruhigt, dass ich nicht die Einzige war. Für meine bulgarische Ohren hat sich der Titel eigentlich genau umgekehrt angehört. Als Bulgaren habe ich das Gefühl, zumindest für den bulgarischen Kontext, ist es eher versteinerte Erinnerungen, weil meistens persönliche Geschichten, zwar nicht persönliche Geschichten der Opfern, sondern persönliche nostalgische Geschichten im öffentlichen Raum diskursieren und eine dynamische Geschichte, nämlich die Fakten stehen weiterhin nicht so festgenagelt, dass man das Gefühl hat, die Geschichte ist eigentlich so dynamisch, dass wir sie rauf und runter diskutieren könnten, was war eigentlich da. Und insofern, also von der bulgarischen Empfindung her, fühlt sich das ganz genau umgekehrt an. Ich kann natürlich auch verstehen, wie sich der Feld in Deutschland anfühlt. Ich versuche auch ein bisschen die Debatte in Deutschland zu verfolgen und gleichzeitig stelle ich aber auch die deutsche Debatte immer in dem paneuropäischen Kontext. Das ist eine besondere Erfahrung, die Deutschland gemacht hat in der kommunistischen Diktatur, die Deutschland aber auch mit uns allen östlich von Berlin teilt. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ich denke jetzt an Frau Roth, wenn sie in Brüssel sitzt mit ihren Kollegen aus Sofia oder aus Ungarn oder aus Polen, sie viel mehr als die anderen Kultusministerinnen können sich genau vorstellen, was sie genau meinen, wo sie herkommen kulturell, als ihre Kollegen vielleicht aus Belgien oder woanders in Europa. Und ich glaube, da ist viel wert für uns alle, die in diesem Feld sind, ein bisschen aus dem eigenen Tellerrand hinaus zu gucken und unsere Themen in dem europäischen Kontext zu stellen. Das knüpft ein bisschen auch an der These von Frau Kaminski am Anfang. Erinnerungskultur oder Aufarbeitung bezieht sich auf die jüngste Geschichte der Vergangenheit. Und die jüngste Geschichte der Vergangenheit hat einerseits immer mit der Gegenwart zu tun, aber die zeigt uns, das ist immer eine Diagnose unserer jetzigen Schwachstellen der Demokratie. Und ich glaube, es hilft uns viel mehr, wenn wir uns das gesamteuropäisch angucken, als dann immer in dem nationalen Kontext. Ja, vielen Dank. Claudia Roth hat den Zettel schon voll jetzt. Also ich glaube, ich habe Sie natürlich überhaupt nicht falsch verstanden, weil wenn Sie sagen, das muss jetzt mal aufhören, dann sagen Sie ja nicht Schlussstrich. Das meinen Sie ja überhaupt nicht. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir vielleicht eine andere Herangehensweise, eine andere Öffnung, einen dynamischeren Umgang mit Geschichte und mit Erinnerung in einer Zeit, wo es Kräfte gibt, die den Schlussstrich wollen, wo es Kräfte gibt, die eine brutale Relativierung unserer Geschichte wollen und auch versuchen durchzusetzen und wo wir ja erleben, das finde ich wirklich unglaublich, wie Putin, welchen Geschichtsrevisionismus er betreibt, wenn man sich anguckt, wie er jetzt mit der Ukraine umgeht und was seine Äußerungen sind. Also ich glaube, wir brauchen es vielleicht sogar dringender denn je, weil es Kräfte gibt, die die Geschichte umschreiben, relativieren, entsorgen oder Revision wollen. Ich war vor kurzem in einer sehr schwierigen Diskussion mit Michelle Friedmann, das ist immer nicht so leicht, in Frankfurt, in der Nationalbibliothek, da ging es genau um Erinnerungen und waren wir erfolgreich. Seine These ist, es war ein totaler Misserfolg. Und ich habe dann immer versucht zu erklären, was wir doch alles gut gemacht haben und was wir uns bemüht haben und mit all ihrer Arbeit ja auch. Und er sagt, wie kann es dann sein, dass so viele junge Menschen noch nie irgendwie, überhaupt keine Vorstellung haben, was Auschwitz ist oder wenn sich dann eigentlich auch nicht wirklich nachhaltig dafür interessieren oder warum junge Schüler, Schülerinnen jetzt bei uns da in meiner Gegend sagen, jetzt müssen wir schon wieder nach Dachau. Das kennen wir doch jetzt langsam, aber daraus keine empathische oder emotionalische, folge passiert. Und wie kann es sein, wenn ich behaupte, wir haben aber doch viel gemacht und wir haben doch gut aufgearbeitet, anders als in Österreich oder sonst wo, wo kommt es dann her, dass der Artikel 1 des Grundgesetzes so selektiv nur wahrgenommen wird oder gar nicht verstanden wird, was da eigentlich drin steht. Also ich glaube, wir brauchen es mehr denn je. Und ich habe vorher schon mal Augsburg erwähnt. In meiner Stadt ist es so, wir sind eine der drei Städte mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist eine sehr schöne, eine sehr friedliche Stadt. Wir haben über 50 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte, bei den Jugendlichen sind es an die 70 Prozent. Und ich habe viele Freunde da in dieser Stadt und die fragen mich, wo kommen wir eigentlich vor? Wo kommen wir, wie adressiert ihr uns? Wie werden wir einbezogen? Wie werden wir ernst genommen? Wie werden wir mit unserer Geschichte, mit der wir eingewandert sind und Deutsche jetzt sind, Augsburger, Augsburgerinnen sind, wie werden wir wahrgenommen? Und diese Mauer, die es da gibt, ich glaube, die ist dringend, da müssen wir dringend rangehen. Deswegen versuchen wir in dem Rahmenkonzept, was eine Diskussionseinladung sein soll, an Sie alle. Und Uwe Neumerker wird sich intensiv an dieser Diskussion beteiligen, wie ich ihn kenne. Wie adressieren wir unseren Umgang mit Geschichte, mit Aufarbeitung, mit Erinnerungskultur in einer Gesellschaft, die divers zusammengesetzt ist? Und letzter Satz, wenn ich sagen darf, ja, das ist genau das Anliegen, ich habe das gestern, wir haben das sehr intensiv in Leipzig diskutiert, wie sieht eigentlich eine gemeinsame europäische Geschichte aus? Wie sieht die aus in einer Zeit, wo wir ja auch in europäischen Ländern nationalistische, rechtsextreme Bewegungen und Parteien erleben? Wie können wir diesen europäischen Impuls setzen? Wir versuchen das intensiv mit einem Projekt, mit dem großen Projekt Deutsch-Polnisches Haus, wo es genau um diese gemeinsame Geschichte geht, Deutsch-Frankreich, Deutsch-Französisch. Das sind wir, glaube ich, tatsächlich schon viel, viel, viel weiter. Deutsch-Polnische Geschichte, die so lange ist und so reich ist und die natürlich den Naziterror hat im Zentrum, aber viel mehr ist. Und ein Vertreter von Solidarność hat erzählt, wisst ihr überhaupt, was Solidarność für die europäische Entwicklung beigetragen hat? Also dieser Ansatz mit dem Deutsch-Polnischen Haus, die europäische Perspektive zu öffnen und gleichermaßen mit einem zweiten großen Projekt mit dem Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg, Gewaltherrschaft Deutschlands, da sind 27 Länder mit einbezogen, WissenschaftlerInnen, zivilgesellschaftliche Gruppen, wo wir genau diese europäische und über Europa hinausgehende Perspektive eröffnen wollen. Aber wenn ich das gerade mal kurz überleiten darf zu Ihnen, was auch eine Frage und eine Irritation im Vorfeld war, ich merke, sie landet jetzt hier auch auf dem Podium, worüber reden wir eigentlich, über welchen Teil der Geschichte, reden wir über die NS-Geschichte, reden wir über die DDR-Geschichte oder, und da höre ich das, was Anna Kaminski am Anfang gesagt hat, müssten wir, und ich habe auch dann ein bisschen so die Konstruktion dieses Podiums verstanden, müssten wir diese beiden, wie Sie, oder diese beiden Bahnen zusammendenken, diese Barrieren überwinden. Die Frage ist natürlich, Herr Sabro, was Sie gerade auch meinten mit dem Ende der Ära der Aufarbeitung, nicht Aufklärung, Entschuldigung, Sie merken schon, ich mache jetzt die Geschichtsschubladen noch weiter auf. Nein, bleiben wir erst mal bei der Aufarbeitung, bitteschön. Der erste Historiker, der den Schlussstrich fordert, durch das hier, oh Gott. Nein, also der Satz von Claudia Roth heißt ja, wir brauchen S mehr denn je, und mich interessiert das S. Aufarbeitung ist eine bestimmte Form der Vergangenheitsvergegenwärtigung. Das ist nicht Erinnerung, das ist nicht Zeitgeschichtsschreibung, das ist möglicherweise nicht mal Gedenkstättenarbeit, sondern das ist eine ganz spezielle Form mit einem Begriff, den es früher nicht gab. Für die NS-bezogene Vergangenheitsvergegenwärtigung haben wir den Begriff der Bewältigung gefunden. Noch in den 90er Jahren hieß Aufarbeitung so was Pejoratives. Vergangenheitsbewältigung, das große Ganze, die NS-Zeit, und da müssen wir auch noch ein bisschen was aufarbeiten. Das ist von Adornos Satz von 1959 her, der das Aufarbeiten vom Schneider her noch dachte, der Anzug, der gewendet und aufgearbeitet wird, und gesagt, wenn es aber eine Ernstheit mit Aufarbeitung ist, dass das helle Licht des wahren Bewusstseins in die Bevölkerung kommt, dann könne er sich auch mit diesem Begriff der Aufarbeitung anfreunden. Mittlerweile ist der Begriff so fluide geworden. In Ihrer letzten Presseerklärung heißt es, die Berlinale muss aufgearbeitet werden. Wir haben Aufarbeitung überall und nicht richtig klar ist, was damit eigentlich gemeint ist. Und ich würde das gerne definieren. Aufarbeitung ist eigentlich ein Phänomen, das auf der Gratwanderung zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und geschichtspolitischem Interesse steht. Erkenntnis, wahrheitsbezogen Interesse, natürlich politisch, Habermas. Und immer ist es diese Gratwanderung, die es einerseits unmöglich macht, Aufarbeitung zu betreiben ohne einen Wahrheitsanspruch. Dann wäre es blanke Ideologie. Andererseits sich eben nicht in der reinen zweckfreien oder angeblich zweckfreien Geschichtswissenschaft bewegt, sondern einen politischen Auftrag hat oder ein politisches Anliegen, das meistens mit Versöhnung verbunden ist oder aber eben zumindest mit Aufklärung. Und in diesem Fall ist es jetzt so, dass ich wollte einen Satz aus Ihrer Rede noch einmal aufnehmen, bei dem Sie sich fragten, wie man das zusammendenken kann, das Interesse der Ostdeutschen aufgenommen zu werden in ihrer Alltagserfahrung mit den Zielen der Aufarbeitung. Und ich glaube, das hieß dann so, hier gilt es aufmerksam, sensibel und empathisch zu sein, ohne die Geschichte zu vereinfachen oder die SED-Diktatur zu verharmlosen. Wir müssen Wege aufzeigen, dass die Lebensrealität und Erinnerung von Ostdeutschen nicht im Widerspruch steht mit der Aufarbeitung des SED-Unrechts und der Einordnung der DDR als Diktatur. Das ist das Problem. Und ich glaube, diese Fusion, wenn ich mal einen Begriff aus einer Anfangsrede nehmen kann, diese Fusion ist einfach nicht zu haben. Aufarbeitung lässt sich vom Begriff der Diktatur und ihrer kritischen Verarbeitung und Zurückweisung kaum trennen. Die Erfahrung von Lebensrealität vieler Ostdeutscher hat aber mit der Diktatur als Begriff wenig oder auch gar nichts zu tun. Und ich glaube, dieser Hiatus, dieser Gegensatz lässt sich in der Aufarbeitung einfach nicht auflösen. Das muss man konstatieren, denke ich, und deswegen auch den Anspruch von Vergangenheitsaufarbeitung, in diesem Fall DDR-Aufarbeitung zunächst gemeint, auch ein Stück weit reduzieren. Wir erleben Aufarbeitung einerseits als ein sehr intentionales Geschäft mit sechs Thesen etwa, wie wir sie heute erlebt haben. Und zum anderen ist es ein wildes Gewimmel, eine Gemengelage von ganz unterschiedlichen Interessen, Zielen, Hoffnungen, Traurigkeiten und auch Niederlagen, die wir als Historiker dann von außen beschreiben, als eben diesen Kampf um eine gewisse Handlungsfreiheit oder auch Geltungsdominanz von bestimmten Ansichten. Und ich glaube, dass wir hier an gewisse Grenzen kommen, die wir auch mit Aufarbeitung oder auch mit verstärkter Aufarbeitung nicht überwinden können. Das bedeutet für mich kein Ende der Vergangenheitsaufarbeitung, aber vielleicht ein Ende der übertriebenen Hoffnungen, die oft dann auch in eine übertriebene Sorge umschlagen. Ilko Sascha-Kowalczuk erzählt überall in der Welt, die Aufarbeitung sei gescheitert. Ich weiß gar nicht, wie man so etwas sagen kann. Man kann sagen, dass eine bestimmte Auffassung in der Aufarbeitungsszene vielleicht nicht so dominant ist, wie es der eine oder die andere will. Aber Aufarbeitung vollzieht sich. Aber sie leidet natürlich ein Stück weit daran, dass sie immerfort Versöhnung verspricht. Und die Versöhnung, die da versprochen wird, hat ja einen freudianischen Anklang. Das sagt ja das Wort Aufarbeitung, kommt aus der tiefen Psychologie, und meint eigentlich am Ende loslassen, vergessen und frei werden von den Traumata. Die Aufarbeitung, die wir betreiben, tut aber das nicht und will das auch gar nicht. Sie verspricht ein Vergessen bei Bekenntnis, das sie am Ende nicht einlösen kann. Das ist strukturell so. Und ich finde, dass das auch ganz in Ordnung ist. Man muss es beschreiben und sehen, dass der Zweck, den man mit Aufarbeitung erfüllen kann, ein Stück weit begrenzt ist. Und jetzt vielleicht der letzte Satz, auch mein letzter Satz, das ist dann wieder fünf Sätze lang, zum Verhältnis von NS-Verarbeitung, Aufarbeitung und DDR-Aufarbeitung. Da hat Anna Kaminski den Vorschlag gemacht, dass es eine Annäherung bis hin sogar zu einer, sagen wir mal, Fusion oder einem Zusammengeben geben könnte. Und ich sehe das nicht. Und daran kann ich vielleicht das Problem der Aufarbeitung in meinem Auge etwas stärker deutlich machen. Es sind doch ganz unterschiedliche Genesen. Die eine Aufarbeitung der DDR ging von vornherein mit dem Staat, mit einer westdeutschen Gesellschaft und mit einem Großteil der starken Opposition. Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus ging gegen den Staat. Sie ging gegen die Dominanz der alten Eliten. Sie kümmerte sich um Kontinuitäten und hat einen vollkommen anderen Impetus gehabt, auch eine viel stärkere Marginalisierung am Anfang. Wenn ich Reinhard Strecker in Berlin treffe und denke an die ungesühnte Nazi-Justiz, die er 1959 zur Ausstellung machen wollte, der Mann, der hat alles verloren. Der hat erst dann von Joachim Gauch das Bundesverdienstkreuz bekommen und zeigt das immer vor und sagt, ich kann gar nicht glauben, dass ich der Staatsfeind Nummer eins heute mit so etwas ausgezeichnet würde. Das ist in der DDR-Aufarbeitung von vornherein sehr anders gewesen. Dann gibt es dann natürlich die ganz unterschiedlichen Verbrechensdimensionen, die dann sofort die Rückfrage erzeugen, ob dieses Aufeinanderzubewegen nicht ein Stück weit Relativierung bedeuten kann. Und würde man in Bezug auf die NS-Aufarbeitung das fordern, was Sie, Frau Roth, für die DDR-Aufarbeitung gefordert haben, dass die dort sozialisierten Stärke einbezogen würden? Um Gottes Willen würde ich für die 60er und 70er Jahre sagen, wenn unsere alten Staatsanwälte und Staatseliten aus der NS-Zeit plötzlich mitgeredet hätten. Das haben wir gerade nicht gewollt. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Aspekte, wenn wir uns hier unter uns etwas näher über das Thema unterhalten, kriegen ein etwas größeres Gewicht. Und Sie könnten uns vielleicht auch von der Sorge befreien, dass all die auf uns eindringenden Zumutungen oder Erwartungen vom Postkolonialismus angefangen bis hin zu identitätspolitischen Fragestellungen, dass die uns nicht übermächtigen, gerade wenn wir unseren Zweck, unseren Anspruch ein wenig reduzieren mit Blick auf diese Differenzen. Dann lassen Sie uns doch zunächst mal bei der DDR-Geschichte bleiben und bei dieser Frage, bei diesem Widerspruch, den Sie aufgemacht haben. Frau Rennefan, ich würde das Ihnen gerne mitgeben, weil ich weiß, dass Sie sich auch in unterschiedlichen Kolumnen und sowieso generell mit diesem Thema beschäftigt haben. Wir haben ja, Dirk Oschmann war angesprochen im letzten Jahr mit seinem Buch, der Osten eine westdeutsche Erfindung, aber wir haben ja auch andere Literatur gehabt, Katja Heuer beispielsweise, der ja dann auch mitgegeben wurde, unterstellt wurde, die auf jeden Fall in die Diskussion kam, dass Sie mit Ihrer Darstellung der DDR, der Alltagserfahrung, die ja eben gerade auch erwähnt wurden, ja damit dann auch ein Stück weit zu einer Verharmlosung der Diktaturgeschichte beitragen können oder beigetragen haben. Ist das für Sie ein Widerspruch? Ist das ein Widerspruch, der möglicherweise aber in Teilen auflösbar wäre? Also ich versuche das mal so ein bisschen aufzudröseln. Ich habe es nicht als Widerspruch gesehen, aber viele andere haben es als Widerspruch gesehen. Die offizielle, also erstmal finde ich es so ganz lustig, Aufarbeiten ist auch eine sehr deutsche Tätigkeit. Also wenn ich mal englische Texte schreibe und das versuche zu übersetzen, da kommt man irgendwie in Teufelsküche. Und ich habe zum Beispiel Katja Heuer überhaupt nicht als Teil dieser offiziellen Aufarbeitung gesehen. Es ist ein Buch, das auf Englisch erschienen ist für den englischen Markt. Populär wissenschaftlich, mit Betonung auf populär. Also es ist, und ich war bei der englischen Premiere und habe das gar nicht, ich meine, wenn man die englischen Historiker kennt, also da herrscht einfach ein anderer Ton und da wird sehr, sehr viel lockerer über viele Dinge geschrieben. Deshalb war ich auch ein bisschen überrascht, wie dann letztlich die Diskussion gelaufen ist. Ich will hier das Buch gar nicht verteidigen. Ich finde es nur nicht so schlimm, wie es manche Kritiker finden, weil ich daran auch weniger erwartet habe. Was ich gut fand, ist, dass es sich gegen diese, es gibt ja so einen Strang der offiziellen Aufarbeitung, also der staatlichen Aufarbeitung sozusagen. Und diese Aufarbeitung, mit der sich auch die Bundesstiftung ganz stark, viele, die hier im Raum sind, wahrscheinlich über Jahre beschäftigt haben, die ist sehr viel, über sehr viele Jahre geprägt worden von einem Bild der DDR als Staat der Unterdrückung, also sehr stark auf die Unterdrückungsmechanismen, auf die sehr mangelnde Pressefreiheit, alles, was eine Diktatur ausmacht. Und es hat zu dem Problem gefühlt, dass die Leute, die da gelebt haben, die waren ja alle zum großen Teil noch da, sich einfach da überhaupt nicht wiedergefunden haben. Also da fehlte was. Und ich sage gar nicht, dass die Stiftung Aufarbeitung das hätte leisten können, aber es hat halt auch niemand anders geleistet. Also ich finde auch so einen Satz wie, die Aufarbeitung ist gescheitert, das mir viel zu totalitär fasst, also viel zu, weil das ist, damit wird irgendwie die Aufarbeitung, also wäre völlig überfordert, weil das ist ja, also dieser Umgang mit unserer Geschichte, das geht uns ja eigentlich alle an, in allen Bereichen, aber es gibt halt diesen Überhang und das ist aus der Geschichte auch erklärbar, die Geschichte schreiben die Sieger, dass es sehr, sehr lange, diese ganzen Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben in ihren Betrieben, also in der DDR wurde ja nicht nur unterdrückt, sondern es wurde auch gearbeitet, es wurden Projekte gemacht, es wurden Städte gebaut, es wurden Werke gebaut, es gab Kunst und Kultur, die nicht auch nur zensiert und unterdrückt war, also ich lese gerade noch mal Kindheitsmuster, gerade zum Thema Vergangenheitsaufarbeitung, Umgang mit Nazi-Geschichte, ist einfach total hochinteressant, man glaubt kaum, dass dieses Buch 1976 oder so erschienen, es ist brandaktuell und das ist eben also auch DDR und diesen Teil daraufhin, also Teile davon kommen halt bei Katja Heuer und auch bei anderen vor, also sie ist ja nicht die Erste, die sich darüber Gedanken gemacht hat und das ist halt was, also die Aufarbeitung zu öffnen oder das Reden über die DDR auch anders zu gestalten und eben auch die DDR als Teil der deutschen Geschichte zu sehen, also das ist ja auch ein Punkt, den die beiden gemacht haben, Heuer und Oschmann, dass in der Wahrnehmung die westdeutsche Geschichte immer als Norm gesehen wird und die DDR als Anomalie, als Anhängsel, als irgendwie problematisches Teilchen und davon müssen wir wegkommen. Es ist ja interessant zu untersuchen, warum wir da sind, wo wir sind, wo Sie wegkommen wollen und Frau Slavko, das ist vielleicht etwas, Sie hatten so einen Gedanken, als wir im Vorfeld in Kontakt waren, den ich ganz spannend fand und Sie haben es ja auch gerade schon angedeutet, dass ja Deutschland in einer ganz außergewöhnlichen Rolle ist, dadurch, dass es in dem einen Landesteil diese Transformation, diese friedliche Revolution gab, dann begleitet oder eben auch dominiert von dem anderen Landesteil, also inwieweit sozusagen das, was wir erleben, die Versäumnisse, Fehler, das, wenn man so weit gehen will, scheitern, worin das eigentlich begründet liegt. Würden Sie eine Perspektive von außen wagen? Liegt das daran, dass das ein Prozess ist, der zu stark westdeutsch geprägt war und nicht sozusagen aus dem originären, eigenen Ostdeutschen herauskam? Also es gibt schon Phänomene, worüber man so ein bisschen staunt in Osteuropa, zum Beispiel, wenn man sagt, die deutsche Transition hat dann abgeschlossen in so einem knappen Jahr. Wir in der Region östlich von Berlin sprechen von einer Transitionszeit, die wirklich sehr lang war. Die war, die zog sich bis hin zu unserer EU-Erweiterung, dass ja für uns Bulgarien und Rumänen erst 2007 stattgefunden hat, für die anderen osteuropäischen Staaten oder mittelosteuropäischen Staaten, das war 2004. Insofern, wenn man hört, Transition war nur elf Monate und dann waren Ostdeutschland und Westdeutschland vereint, das ist schon da, wo wir so ein bisschen erstaunt sind. Weil es gibt ja auch den Spruch in Deutschland, die Mauer ist gefallen, aber die Mauer in den Köpfen fällt schon langsamer. Die Erfahrung, in einer Diktatur zu leben, macht schon etwas mit einem. Und das ist auch gar nicht nur die Generationenfrage desjenigen, die es persönlich erlebt haben, aber auch diejenigen, die die Geschichten von den Großeltern oder die eigenen Eltern dann erfahren. Wir beschäftigen uns ganz stark mit dem Phänomen der Nostalgie in Bulgarien und wir behaupten, das kommt auch gerade, weil Geschichtslehre eben nicht gut vertreten ist. Und das ist etwas, was auch sozusagen auch eine zweite Hand Phänomen ist. Man nimmt es an von den Großeltern, ohne dass selber diese Zeit erlebt hat. Also insofern... Darf ich mal zuspitzen die Frage, wenn die DDR wirklich nur die DDR gewesen wäre und es hätte keine BRD gegeben. Wäre dann heute die Aufarbeitung, würden wir dann hier zusammensitzen und wir wären vielleicht eher auf einem Stand, wie Sie in Bulgarien sind? Das wäre nämlich mein zweiter Punkt gewesen. Und ich weiß, das ist natürlich auch ein gefährlicher Denkexperiment ist. Und ich wünsche mir eines Tages mal ein bisschen Zeit zu haben, das ein bisschen besser zu recherchieren und vielleicht eine Kurzgeschichte darüber zu schreiben. Aber ich denke mir immer wieder, wie würden die ostdeutschen Bundesländer aussehen, gäbe es kein Westdeutschland. Und da würde es nicht wirklich einen großen Unterschied, glaube, behaupte ich, geben, zwischen den ostdeutschen Bundesländern und einer Ungarn, einer Polen, einer Bulgarien, einer Rumänien. Wir haben diese geteilte Erfahrung und die einigt uns auf eine besondere Weise, wollen wir oder nicht. Deswegen wieder in meinem Plädoyer eben, lassen Sie uns daraus einen Credit machen, lassen Sie uns daraus was Gutes machen und nicht eben das Gegenteilige. Uwe Neumerker, ist das, frage ich Sie mal, ist das etwas, was eigentlich diesen ganzen Prozess nach vorne gebracht hat, beschleunigt hat, oder ist es letztendlich auch eine Hypothek? Welche? Also sozusagen die Tatsache, dass es eben sozusagen, dass es ein deutsch-deutscher Prozess war. Ich muss jetzt mal auch den Ossi raushängen lassen. Ja. Also auch die DDR-Geschichte währte ja und die SPZ-Geschichte über vier Jahrzehnte. Und das sind verschiedene Phasen, muss man ja an der Stelle mal festhalten. Und dass die 80er Jahre wesentlich liberaler waren als die 70er, 60er und 50er Jahre, ist uns auch bewusst. Und dass eine Dame wie Christa Wolf ein Kindheitsmuster schreiben durfte und auch in den Westen reisen durfte, sagt ja noch nicht so viel über die DDR aus. Es sind viele für ihre freie Meinung in den Knast gekommen und haben da gelitten, sind von der Stasi überwacht worden. Und Stefan Woller im Christoph-Links-Verlag, den ich hier ausdrücklich erwähnen möchte, hat ja mal das schöne Buch geschrieben, Die heile Welt der Diktatur. Und das ist ja genau dieser Spannungsbogen. Natürlich hatten wir unsere Nischen. Natürlich haben wir uns unsere Freiheiten erkämpft. Und im Nachgang sage ich, Ostberlin war viel bunter als die westdeutsche Provinz. Aber das haben wir uns auch immer erkämpft und wir wussten, worauf wir uns einlassen. Und das ist in vielen Fällen auch bei vielen meiner Freunde schiefgegangen. Und Chris Geffroy ist ja nun auch der Jahrestag. Der ist noch im Februar 89, wollte er weg. Und warum wollte er weg? Weil diese DDR eine Diktatur war, in der er nicht leben wollte. Er hat das mit dem Tod bezahlt. Das zum einen. Das zweite ist, natürlich gibt es eine offizielle Aufarbeitung. Und Aufarbeitung ist ein sehr schöner deutscher Begriff, wie so viele deutsche Begriffe, mit denen wir die Welt beglückt haben. Von Weltgeist bis Wanderlust. Und den kann man nicht übersetzen. Aber was sich dahinter verbirgt, lieber Herr Kollege Sabro, es ist, glaube ich, ein bisschen komplexer, als Sie es darstellen. Es geht um historische Forschung, es geht um historische Aufklärung. Und man muss an der Stelle ja auch sagen, dass viele in den 90er Jahren sich mit dieser DDR erst mal gar nicht beschäftigen wollten, beschäftigen konnten, weil sie in einer Umbruchssituation waren, die sie total erschüttert hat. Ich meine, Sie haben das ja in Ihrem Buch beschrieben, dass die Kinder plötzlich den Eltern die Welt erklären mussten und nicht umgekehrt. Das sollte man an der Stelle auch festhalten. Und ich rede jetzt so lange wie Herr Sabro. Ich habe mal... Das ist ja... Aber da darf ich mal fest... Noch eine ganz kurz... Also da mache ich hier mal sozusagen ein... Letzter Satz. Genau, da mache ich jetzt hier aber mal folgende Beobachtung. Also die Damen hier auf dem Podium, wir haben bisher das vorbildlich, einigermaßen vorbildlich gemacht. Also versuchen Sie das... Bei meiner ersten Frage war ich ganz kurz. Lassen Sie mich noch zwei Gedanken sagen. Ich habe mal das schöne Bonbon gelesen, bei einem Podium zur DDR-Geschichte sitzen eigentlich immer nur Wessis auf dem Podium. Das war ja lange Zeit so. Stellen Sie sich mal vor, bei einem Podium zur RAF sitzen nur Ossis auf dem Podium. Dann wäre der Aufschrei laut. Aber die Frage ist natürlich, wir hatten den großen Bruder im Westen, den hatten die anderen Ostblockländer nicht. Klar, wir waren deutsch, wir sind deutsch, wir sind immer deutsch gewesen und wahrscheinlich viel deutscher als die Westdeutschen am Ende, weil wir ja doch das Preußentum konserviert haben. Aber ich denke schon, die Entwicklung wäre anders gelaufen, hätte es die große Bundesrepublik nicht gegeben. Und das jetzt aufzuarbeiten, ist wichtig. Und wenn wir über die Aufarbeitung auch dieses Transformationsprozesses reden, und da soll ja jetzt in Halle, habe ich gehört, dieses große Zentrum entstehen, dann möchte ich noch der letzte Satz, das letzte Wort, daran erinnern, dass es damals um die Buschzulage ging, wenn Wessis in den Osten kamen. Und wenn wir von Dekolonialisierung jetzt immer reden, dann finde ich, ist dieser Begriff Buschzulage auch ein guter Beitrag, um Denkmuster, Schemata der Vergangenheit und für die Gegenwart aufzuarbeiten. Darf ich mal fragen, das würde mich mal interessieren, Herr Neumärker, wie schnell merken Sie, wenn Sie mit jemandem reden, also auch in diesem fachlichen Kontext, ob er aus dem Osten oder aus dem Westen stammt? Sofort. Okay. Kleider Rot, wie schnell merken Sie das? Oder ist das für Sie überhaupt eine Kategorie? Weil ich, achso, wir haben eine gewisse Knappheit beim Mikrofon. Das Ufo aus dem Osten kommt sofort. Ja. Nein, aber es ist, da muss man auch wirklich damit umgehen. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren war ich bei ihm beim Abendessen und dann hat er mich hingewiesen auf, dann habe ich in einem Zimmer, ich beschreibe jetzt nicht genau, wie du wohnst, lieber nicht, aber großes Bücherregal. Und das ist ziemlich anders als mein großes Bücherregal. Also so fängt es eigentlich schon an. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich dann, dass er, sehe ich auch mal mein Bücherregal, hast du noch nie, dass du dir mal mein Bücherregal anguckst und ich dein Bücherregal angucke. Und dann hast du gesagt, kennst du den und den Autor? Und ich kannte den aber überhaupt nicht. Ich kannte ihn nicht, wirklich kannte ihn nicht. Und nicht aus Ignoranz, sondern ich kannte ihn nicht. Und so, ich glaube, dass diese notwendige Annäherung, das ist zwei Jahre her, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber Sie haben ja gerade schon die Ungeduld von Sabine Rennefanz gehört an der Stelle, dass sie gesagt hat, ich höre diese Geschichten, wir müssen uns jetzt mal zuhören. Ich sage, sie hört seit 30 Jahren. Ich kann nur sagen, in der Beschäftigung mit Menschen, die Evelyn Zypke an einen Tisch gebracht hat, kam immer wieder der Satz, wir werden nicht gehört, wir kommen nicht vor. Und hört doch endlich mal zu und nicht nur zuhören, sondern da muss natürlich was draus folgen. Also Aufarbeitung ist ja nicht etwas, wo nichts draus folgt, sondern mir geht es um eine Erinnerungskultur, in der wir Menschen auch anerkennen, in dem sie gesellschaftliche Anerkennung bekommen, in dem der Schmerz dieser Frauen, die in hohem Eck waren, die unendliches Unrecht erlitten haben, dass das endlich auch mal gesellschaftlich anerkannt wird. Und ich bin wirklich froh, dass wir jetzt auch dort einen Ort schaffen, der sozusagen auch eine Bedeutung hat in unserer Erinnerungskultur. Ich finde, Aufarbeitung, das machen Sie. Und wir gucken, wie vermitteln wir das dann und wie wird daraus wirklich eine Erinnerungskultur? Und Oberbürgermeister hat doch auch gesagt, dass Leute sagen, ja, uns hört man nie zu. Und ich glaube, das ist ja nicht, das soll ja was draus werden. Wie gehen wir dann mit diesen, mit diesen Geschichten um? Wie gehen wir mit diesen Geschichten um? Und andere sagen, ja, wer kennt eigentlich Freiheitsbewegungen in die friedliche Revolution in der DDR? Wer weiß, wo es wichtige Orte gab der Demokratiegeschichte? Also positiv. Wie kommt in unsere Erinnerungskultur? Das wollen wir ja auch. Wir wollen Demokratiegeschichte mit reinnehmen. Wer weiß, was nicht nur in Leipzig passiert ist oder in Berlin, in Ostberlin, sondern was in Plauen, in Jena oder in Plauen, wurde mir gesagt, Plauen passiert ist. Also diese, da haben wir einen wirklichen wichtigen Nachholbedarf in dieser Erinnerungskultur, um etwas zu vermitteln. Mir geht es doch darum, zu vermitteln, zu vermitteln, dass daraus eine Verbindung zu dem, was Demokratie stark macht, warum das unser Reichtum ist, warum wir sie beschützen müssen gegen die, die die Demokratie angreifen. Also Aufarbeitung ist die eine Sache, aber jetzt, wie kommt es rein in ein gemeinsames, in ein kollektiveres Erinnern, in eine europäische Erinnerung? Darf ich Sie an die Erinnerung nehmen? Jetzt muss ich Sie mal kurz, Herr Sabru. Ich glaube, hinter dem Zuhören verbirgt sich aber eigentlich auch noch mehr, nämlich die Unzufriedenheit über die mangelnden Gestaltungsmöglichkeiten und die mangelnde Macht, die es einfach, seit 1990 war halt dieses Wunderjahr der Demokratie und danach gab es einfach weniger Möglichkeiten. Und wenn wir uns die Tabellen angucken, wir kennen die alle, was die Verteilung von Vermögensverhältnissen angeht, was die Höhe der Löhne angeht, was die Situation in den Immobilienmärkten in Dresden, Leipzig und so weiter angeht, wem da was gehört. Wir wissen, wie es aussieht, auch mit den Parteien, dass die Parteien im Prinzip ja nie richtig Fuß gefasst haben, gerade in den ländlichen Gebieten, gerade die Grünen können davon in Liedsingen. Repräsentation, Riesenproblem, hat der Ostbeauftragte jetzt verschiedene Studien in Auftrag gegeben. Das kommt überhaupt nicht voran. Im Gegenteil, es wird weniger und deshalb ist dieses Zuhören ohne tatsächliche Folgen, das hat jetzt so viel Frust auch erzeugt. Und wir haben so viele Beispiele, gerade neulich jetzt hier, demnächst ist in Erfurt der Katholiken-Bundtag, da ist der ehemalige, da ist der Chefplaner, der ehemalige Oberbürgermeister zurückgetreten, weil er sich mit der Ostdeutschen, weil die Ostdeutschen viel zu wenig repräsentiert sind, ist seine Kritik. Und weil viele, auch gerade die ostdeutsche Kirche, wenig vorkommt. Und davon könnte ich Ihnen, ich könnte jetzt hier bis heute Abend sitzen, wollen Sie nicht, aber irgendwie immer wieder Beispiele vorzielen, wo einfach auch nachdem versichert wurde, dass man sich zuhört, einfach die Ostgeschichte nicht gesehen wird. Herr Sabo, sind Sie schon bereit, dass wir eine Runde weiterdrehen? Oder haben Sie noch? Ja? Nein, ich würde, Ich wollte nur noch vielleicht abschließend sagen, dass ich bis eben das Gefühl hatte, dass wir ein bisschen in alte Stereotypen zurückgefallen sind. Wir haben in den frühen 90er Jahren, vielleicht nehme ich nur den Kosmos des eigenen kleinen Instituts in Potsdam, wir haben uns unsere Geschichten erzählt und das war auch sehr produktiv. Das war übrigens auch schmerzhaft, ein Begriff, der mit Aufarbeitung früher auch mal zusammenging. Aber wenn ich jetzt mich hinstellen würde im eigenen Institut und würde sagen, wir müssen doch jetzt mal uns zuhören lernen von unserem deutsch-deutschen Gegensatz. Da würden die über 60 Prozent nicht-Bio-Deutschen an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Instituts sagen, dann können wir ja einen Kaffee trinken gehen in der Zeit. Und ich wüsste auch gar nicht mehr so genau, ich habe erst vor acht Minuten mitbekommen, dass Uwe Neumarker im Osten dieses Landes geboren ist. Ich habe keine Marker gehabt, um das festzustellen. Das hätte mich auch gar nicht so sehr interessiert übrigens. Aber das am Rande. Dass wir trotzdem im Rahmen der Erinnerungskultur Das wiederum zeigt wahrscheinlich, dass Sie aus dem Westen sind. Dass wir im Rahmen der Erinnerungskultur darüber reden, das finde ich, habe ich leider nicht verstanden, aber ist egal jetzt. Dass wir im Rahmen der Erinnerungskultur darüber reden, das finde ich auch gut. Aber das unter Aufarbeitung zu klassifizieren, scheint mir eher ein Problem zu sein. Da sollten wir doch vielleicht etwas metareflexiv auch darüber nachdenken, was es bedeutet, dass in die Aufarbeitung auch die Idee des Partikularismus eindringt, statt des Universalismus. Und auf Repräsentationsgerechtigkeit schaut, während wir in der frühen Aufarbeitung der 90er Jahre eher auf Wiederholungsstrukturen geachtet haben. Und darauf geguckt haben, was hat die SED bedeutet, was hat die Staatssicherheit bedeutet. Da ist die Aufarbeitung, wie wir alle wissen, auch in eine falsche Richtung gelaufen, indem sie dem IM eine Macht zugeschrieben hat, weil die Kategorie des Verrates einfach so eine ontologische Qualität hat, während die realen Herrschaftsmechanismen eher ein bisschen im Hintergrund blieben. Darüber hätten wir früher geredet. Jetzt reden wir über die Frage, ob Ostdeutsche oder Westdeutsche beteiligt sind. In einer Zeit, wo die Mehrheit der wissenschaftlichen Arbeitenden jedenfalls nach 1990 schon geboren sind. Was war Ihre Frage? Das Schöne ist, ich hatte noch gar keine gestellt. Aber Sie haben dennoch eigentlich eine ganz wunderbare Überleitung geliefert, mit dem Hinweis auf den Kaffee, den dann die nicht-bio-deutschen Kolleginnen und Kollegen trinken können, wenn sie diese deutsch-deutsche Verständigung machen. Denn ich würde gerne noch mal auf das Rahmenkonzept der Erinnerungskultur eingehen. Also im Prinzip die Großfrage, woran müssen wir eigentlich wie erinnern, in welcher Intensität? Claudia Roth, Sie haben gesagt, Sie arbeiten dran. Man konnte ja schon mal in der Welt darüber lesen, als es mal schon ein bisschen kurzzeitig auf der Website offenbar zu finden war und dann wieder dort verschwunden ist. Aber Sie haben ja selbst auch einen Beitrag geschrieben im Tagesspiegel, da muss man sozusagen gar nicht auf die Ebene dahinter gehen, wo Sie ja beschrieben haben und Sie haben es ja gerade in Ihren Worten getan, was alles im Prinzip auf die Liste kommt. Also wo Sie sagen, natürlich klar, die Erinnerung an die NS-Zeit, der Holocaust bleibt ganz weit vorne und bleibt ein zentrales Merkmal der deutschen Erinnerungskultur. Natürlich die Aufarbeitung der DDR-Geschichte mit allem, was wir hier gerade besprochen haben und dann kommt ein Und, Und, Und. Sie haben es deutlich gemacht, wie gehen wir also um mit der postmigrantischen Gesellschaft, mit der Kolonialzeit. Wir haben jetzt gerade die Information dieser Tage bekommen, dass es ja auch ein NSU-Erinnerungsdokumentationszentrum in irgendeiner Form geben soll, also wo die Liste immer länger wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, sind das alles verbindende Erinnerungskulturen, die sich ganz wunderbar ergänzen oder besteht da auch die Gefahr, dass in sich da schon auch trennende Aspekte drin liegen und dann sind wir natürlich bei manchen Punkten auch schon in sehr aktuellen Debatten, die wir erlebt haben nach dem 7. Oktober. Also ich glaube, noch mal, wir müssen uns überlegen, wie sieht all dessen, was aufgearbeitet wurde, vermittelt wird oder nicht vermittelt wird. Warum, noch mal, warum wissen so unglaublich viele junge Leute nicht, was Auschwitz ist, was wir damit verbinden oder warum haben so wenige wirklichen oder so viele wissen eigentlich gar nicht, was Demokratie heißt. Was heißt das? Was heißt Demokratie? Und was erwartet Demokratie von mir, die ich nicht einfach delegiere, sondern was ist mein Beitrag zur Demokratie? Ich bin Akteurin in einer Demokratie und nicht Zuschauerin, die das wegdelegiert. Und deswegen haben wir uns gesagt, wie sieht heute unsere Gesellschaft aus und was spielt rein? Und natürlich ist der Kern, der Kern und das Zentrum ist NS, ist Holocaust, ist die Shoah. Und der Schock oder das Entsetzen ist ja wirklich groß, in welchem Ausmaße nach dem 7. Oktober es eine Zunahme und eine Welle an antisemitischer Gewaltangriffen gibt in diesem Land. Und da muss man sich schon überlegen, ja, wie ist das möglich und was ist eigentlich, wo sind die Defizite? So, das ist, glaube ich, extrem wichtig und da klage niemanden an, weil ich weiß, was für großartige Arbeit in den Gedenkstätten geleistet wird oder was, was einem, aber wie schaffen wir es anders zu vermitteln? Wie schaffen wir es anders zu vermitteln, dass eben auch die jungen Menschen, die vor allem aus TikTok oder woher sie ihre Informationen bekommen, dass es zu ihrer Sache wird, dass diese Geschichte nicht etwas ist, wo du dich in der Vergangenheit eingrabst, sondern dass die Folgerungen etwas sind, was mit meinem Leben heute zu tun haben und mit der Zukunft in einer Demokratie. Dann gehört dazu noch mal, da haben wir jetzt ja auch geredet, der Umgang mit der Geschichte in der DDR, SED, Kommunismus, kommunistische Diktatur als wichtiger Punkt. Und ich sage es noch mal, auch wenn Sie es schon 30 Jahre gehört haben, ich glaube, es gibt große Defizite. Es gibt große Defizite, was ist mit diesem Zuhören dann passiert oder was ist nicht passiert. Und diese Schmerzen und diese Opfer und auch dieses Ich-komm-nicht-vor, glaube ich, müssen wir ernst nehmen. Neben all dem, was nicht Repräsentanz oder was gleiche berechtigte Teilhabe angeht. So, und dann gibt es eines, was ich immer wieder erlebt habe. Ich war eine ganze Weile im Europaparlament, wo es von den belgischen Kollegen, den portugiesischen, den spanischen, es ging immer auch wieder um Aufarbeitung, Umgang mit kolonialem Unrecht. Und da war schon so tendenziell die Auffassung, da haben wir ja nichts mit zu tun. Wir waren ja die Guten. Wir haben andere Probleme. Wir haben NS und das ist fürchterlich, aber mit kolonial haben wir nichts zu tun. Aber natürlich haben wir auch was mit kolonialer Geschichte und mit kolonialem Unrecht zu tun. Und deswegen versuchen wir das übrigens auch europäisch anzugehen, in gemeinsamen Zusammenarbeit mit Franzosen zum Beispiel oder mit den Niederländern oder Belgien, wo es intensive Kontakte jetzt gibt. Aber man kann sich nicht sagen, wir haben damit gar nichts zu tun, sondern wir, und wie wenig die Beschäftigung ist, hat ja die heftigste Debatte gebracht, als wir Benin-Bronzen zurückgegeben haben. Was ist da los gewesen? Wir geben das an irgendwelche zurück, die keine Ahnung haben, wie man mit Kunstgegenständen zugeht. Das war nur die freundliche Formulierung. Und das gehört denen doch gar nicht und das ist ja gar nicht. Also wie man uns da beschimpft hat und wie deutlich wurde, wie notwendig auch eine Auseinandersetzung ist über koloniales Unrecht. Und ich bin sehr dankbar, Raphael Groß, der in seinem Haus ein Diskussionsforum organisieren wird über Antisemitismus und Kolonialismus. Weil es natürlich nicht sein kann, dass sozusagen im Zusammenhang mit kolonialem Unrecht dann so subkutan Antisemitismus kommt. Das ist ernst zu nehmen, die Sorgen sind ernst zu nehmen. Und ich finde gut, dass es genau dazu Räume gibt, sich darüber streitbar auseinanderzusetzen. Und dann habe ich in einer Ausstellung etwas gesehen. Und zwar war das eine Ausstellung in Berlin im Gorki-Theater über die NSU-Morde, über die Blutspur, die sich durch unser Land gezogen hat, offene Wunden von Anfang an. Und das waren über die unterschiedlichen Orte. Und ein Ort war Kassel. Und da wurde eine große Fotografie ausgestellt, wo Angehörige des Getöteten und ein Denkmarsch war. Und da wurde ein Plakat hochgehalten, kein Schlussstrich. Und da ist mir dann plötzlich, Schlussstrich habe ich immer mit assoziiert, mit Aussagen aus der AfD. Und dann wird mir plötzlich klar, da ist etwas, was nicht Teil unserer Erinnerung ist. Der Schmerz, den die Menschen haben. Der Schmerz der Angehörigen. Der Schmerz von Migrantinnen in unserem Land, die Opfer von rassistischer Gewalt werden, kann, weil sie nicht Roth, Mayer oder Neumärker heißen. Und ich glaube, das ist etwas, deswegen sagen wir, wie sieht es aus, wie geht es Halle, Solingen, Mölln, wie geht Hanau, wie geht es ein in unsere Erinnerungskultur? Es gibt einige, Frau Roth, die da die Sorge haben, dass das letztendlich eine, möglicherweise eine Überforderung ist, weil die Liste eben einfach so lang wird. Der von mir erwähnte Weltartikel ist überschrieben mit der zweifelhafte Weg. Ich kann ja mal Herrn Neumärker fragen, ob er diese Sorge hat, der darin auch ausgedrückt wird, beispielsweise in der Darstellung, dass sich dadurch auch die Gewichte verschieben in der deutschen Erinnerungskultur und auch vielleicht ein Stück weit unangemessen verschieben. Haben Sie diese Sorge, Herr Neumärker? Jein. Mir fällt die ganze Zeit dieses Forkner-Bonbon ein. Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist noch nicht einmal vergangen. Und ich glaube, es ist die Zeit jetzt, auch im Jahre 34 der deutschen Einheit, dass wir als wiedervereinigtes Deutschland eine Bilanz ziehen. Und dass wir uns darüber verständigen, wessen wollen wir uns erinnern, wie wollen wir uns erinnern und an wen richtet sich diese Erinnerung. Stichwort auch Einwanderungsgesellschaft. Ich glaube, das ist wichtig. Und das zeigt ja auch die dynamische Erinnerung, dass neue Themen dazugekommen sind, die wir bisher nicht beachtet hatten oder vernachlässigt haben oder wie auch immer. Und wenn wir den Bogen von 1848 bis in die Gegenwart spannen, halte ich das Prinzip hier erstmal für nicht falsch. Man muss sich dann erklären, warum man sich gewisser Dinge erinnert, positiver, aber vor allem auch der negativen Dinge. Man muss Ursache und Wirkung klar benennen, ohne Nationalsozialismus und die Menschheitsverbrechen, keine deutsche Teilung und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist erstmal wichtig, welche Schlüsse man daraus zieht und welche auch Förderrichtlinien, welche Grundlagen man daraus dann erwachsen lässt. Das ist eine andere Frage. Also Sie machen sich schon ein bisschen Sorgen um Ressourcen und Geld. Naja, Ressourcen und Geld, darum geht es immer. Ich rede erstmal über die Inhalte. Und daraus, und wenn man die Inhalte klarstellt und der Holocaust ist zentral, Punkt, dann muss man eben schauen, was auch möglich ist. Der Appell an den Finanzminister ist da sicherlich nicht nur einer. Das gehört dazu. Aber auch die Frage, wie nehmen wir dieses Land mit? Wie nehmen wir die Menschen, die in diesem Land leben, mit in diesem Prozess? Und ich glaube, vor allem muss man erstmal darüber reden. Also darf ich, weil das kommt immer wieder die Sorge und das verstehe ich auch, die Sorge, dass wenn jetzt Punkte dazukommen, sei es jetzt der Umgang mit kolonialem Unrecht oder die Frage von Terror in unserem Land, der Migrantinnen und Migranten getroffen hat, dass dann aus dem Topf weniger für die Arbeit, beispielsweise für Gedenkstück. Das ist natürlich wirklich nicht so. Also diese Sorge ist völlig unbegründet. Wir brauchen insgesamt mehr. Wir brauchen insgesamt mehr. Aber wir nehmen doch jetzt nicht die Mittel und sagen, jetzt muss da aufgeteilt werden und jetzt müssen die Gedenkstätten abgehen. Überhaupt nicht. Sondern wir wollen ja zeigen, wie groß der Bedarf ist. Ich gebe, wenn ich darf, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Fetzum ist ein Musiker, vielleicht kennen ihn manche, ein ganz toller, wunderbarer Musiker, Fetzum. Und ich habe mit ihm gemeinsam ein Buch gemacht, wo wir uns erzählen von unserer Geschichte. Und Fetzum sagt, ja, er ist mit seiner Mutter als Geflüchteter aus Eritrea über Italien nach Stuttgart gekommen, ist ein guter Schwabe geworden, redet berlinerisches Schwäbisch und hat als guter Deutscher sich natürlich auch, sagt er, auch die deutsche Geschichte, auch die schmerzhafteste, ist jetzt Teil seiner Biografie. Die ist sozusagen eingewandert bei ihm. Und dann sagt er, hast du eigentlich nur die geringste Ahnung, wie meine Geschichte aussieht? Was es heißt, meine Eltern, die Guerrieros, waren in Eritrea, im Freiheitskampf. Hast du da eine Ahnung? Interessiert dich das? Also ich komme dazu, ich bin Deutscher geworden, ich nehme die deutsche Geschichte mit. Es wird ja immer wieder gesagt, wer Deutscher wird, muss auch diese deutsche Geschichte als Teil seiner Biografie oder seines Lebens empfinden. Dann nimmt aber doch bitte auch mal ernst, was mit uns gekommen ist oder was meine Geschichte ist. Muchterem Arras, zweites Beispiel, Nummer eins in Baden-Württemberg, Landtagspräsidentin. Die ist mit ihrem Vater, der war politisch verfolgt in der DDR, in der Türkei, Entschuldigung, und die ist nach Deutschland gekommen. Die ist die höchste Repräsentantin in Baden-Württemberg. Und wenn ich sage, Muchterem, wo kommt deine Geschichte eigentlich vor? Die Geschichte deiner Großeltern, deiner Eltern, kommt die irgendwo vor? In den Museen, in der Kunst, in der Kultur, aber auch in unserer Geschichte, dann haben wir da einen Nachholbedarf. Und darum geht es mir, dass Menschen, die in unserem Land leben, die Teil unserer Gesellschaft sind, sich wahrgenommen und als Teil dieser Gesellschaft empfinden können. Und dazu gehört auch eine gemeinsame Erinnerung. Ich bin mal gespannt gleich. Wir öffnen gleich mal auch für Sie hier die Mikrofone. und es sind ja auch einige, beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer, hier Vertreter von Schulen, aber auch von anderen Bildungseinrichtungen. Manchmal ist es ja auch eine Ressourcenfrage, einfach was Zeit angeht. Was kann eigentlich noch stattfinden? Wenn wir hören, was im Geschichtsunterricht heute noch stattfindet, stattfinden kann, einfach zeitlich, dann kommt man da möglicherweise auch schon an Grenzen. Möglicherweise gibt es aber auch ganz wunderbare Konzepte, wie man das zusammenführen kann. Und jetzt ist Martin Samro da und der braucht ja sowieso immer gar keine Frage von mir. Ich komme nicht mehr da selber. Also mir ist das alles zu harmonistisch. Ich habe das Gefühl, dass in dem... Ich finde, natürlich ist es so richtig, wir sollten uns zuhören, wir sollten die Menschen mitnehmen, wir sollten gucken, wie wir vermitteln. Man kann aber doch schon das Postulat des Zuhörens, das mit der Aufarbeitung so viel zu tun hat, ist aus meiner Sicht an jenem 24.2. oder wenige Tage danach in Kreisau 2022 zerschellt, als wir die russische Sprache dort rausgenommen haben, als Übersetzungssprache. Es waren Ukrainerinnen dort, die wollten nicht sehen, dass wir da auf Russisch, also polnisch, deutsch und russisch verhandeln. Wir wollten Putin und den Seinen nicht mehr zuhören. Aufarbeitung ist durch den Ukraine-Krieg ins Herz getroffen, weil das Postulat, das durch das Zuhören und das Miteinanderreden und alle Stimmen sprechen lassen, kommen wir irgendwie zu einem rationalen Diskurs. Das kommt vielleicht wieder oder es kommt in kleineren Erinnerungsgemeinschaften heraus, aber eigentlich ist es zerstört. Der Postkolonialismus bedeutet ja nicht nur, dass wir uns der im deutschen Namen begangenen Kolonialverbrechen erinnern, natürlich das auch, oder Beninbronzen zurückgeben. Es bedeutet auch, dass wir uns mit einer emanzipatorisch sein wollenden Bewegung auseinandersetzen, die Juden als Kolonialisten und im Rahmen der Critical Whiteness beurteilen und sagen, die Freiheit von Palästina, was die Zerstörung Israels beinhaltet, ist eine Fortsetzung unseres Gerechtigkeitsanspruchs, der nach dem Holocaust aufgekommen ist. Selbst die Frage Diktatur und Demokratie wird in Postcolonial Studies sehr kritisch als eine sehr eurozentrierte Sichtweise betrachtet, die der afrikanischen Realität überhaupt nicht entspricht und die eigentlich weggehört. Das ist etwas, was aber aufeinander trifft und das reicht dann nicht unser Zuhören, sondern wir sollten uns in einem solchen Forum, in dem wir uns nur einmal im Jahr begegnen, schon auch der Dimension sicher werden oder sie zumindest zur Kenntnis nehmen, in dem das Projekt Aufarbeitung heute steckt und vor welchen Herausforderungen es steht. Das meinte ich. Und die größte Herausforderung ist nicht der mangelnde Bildungsgrad unserer Schüler. Das ist eine uralte Klage. Der erste Film von Ulbricht und Stalin nie gehört, kam 1964 raus, damals durch diese Göttinger, diese Göttinger VW, ich weiß gar nicht mehr VWF, wie das hieß, diese Film, diese Filmgesellschaft. Und Bodo von Borjes hat in den 90er Jahren einen Aufsatz nach dem anderen geschrieben. Natürlich, keine Schüler, keine Schülergruppe weiß das, was ein Lehrer ihnen vermitteln will. Es kommt unglaublich wenig an. Das ist aber sozusagen die Voraussetzung unseres Tuns. Zu fragen wäre eher, ob der Anspruch, wir wollen vermitteln und wir wollen weitergeben, wir wollen mitnehmen, ob er nicht genau diese provokative Resonanz erzeugt, die wir im Rechtspopulismus erleben. Denn der Rechtspopulismus lebt von der Angst, die sich in unseren Gesichtern malt oder der Empörung, die wir haben, wenn Leute wie Bernd Höcke, der angeblich Björn heißen soll, wie Leute wie Bernd Höcke, dann anfangen, ihre Provokationen in die Welt zu schicken. Sie warten darauf, dass wir entsprechend aufbegehren und sagen, oh Gott, wir haben ihm zu wenig vermittelt. Nein, das ist genau der Anlass, man könnte vielleicht sogar sagen, ein Erfolg der Aufarbeitung ist die Art, wie die AfD versucht, uns zu provozieren. Aber das ist vielleicht ein etwas weitgehender Gedanke. Deswegen nochmal, ich bin der Meinung, wir sollten nicht so harmonieorientiert denken, sondern den Herausforderungen, vor denen die Aufarbeitung steht, etwas tiefer noch akzeptieren. Da wollte ich ganz gerne einhaken, weil ich bin auch ein bisschen, habe geschützt, also wir haben einfach das Problem, wenn wir sagen, Deutsche, also wer Deutscher wird, auch mit Migrationshintergrund, muss die Geschichte mitnehmen, das funktioniert halt nicht so einfach. Es gibt, ich habe mit sehr viel länger Bildungsarbeit auch gemacht, ehrenamtlich, und habe da immer mit türkischstämmigen und arabischstämmigen Jugendlichen geredet, die gesagt haben, ja, ich hatte keinen Großvater, der irgendwie in der Wehrmacht war, ich habe da nichts aufzuarbeiten. Und genau diese Kills, Jugendliche, jungen Menschen, das sind halt auch diejenigen, die man jetzt dann im November auf der Straße in Neukölln sehen konnte, mit denen Israel Genozid fahren und die sind einfach für diese Geschichte, also ich bin da auch ratlos, wie wir die erreichen. Also vielleicht wissen die Experten hier auf dem Podium mehr, wie man das schaffen kann, dass man sich eben, also den Holocaust, also nicht, dass man nicht einen Großvater oder einen Urgroßvater haben muss, um das als Verantwortung und als Mahnung zu sehen, sondern, dass man sich auch damit, also dafür interessieren kann, nein, nicht dafür, also das als Verantwortung aufnehmen kann, wenn man eben nicht diese Geschichte hat. Und das dadurch, wenn ich dann noch die anderen Jugendlichen ohne Migrationshintergrund sehe, die vor dem Außenministerium gerufen haben, Free Palestine from German Guilt, also da ist es mir nun wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Also das hat mir auch total Angst gemacht, weil ich da wirklich auch so eine Verbindung zur AfD gesehen habe, die diese Leute, die da saßen, wahrscheinlich gar nicht sehen wollen. Aber da hat sich was verändert in der Gesellschaft und das ist besorgniserregend. Haben Sie Antworten? Ich kann ja vielleicht, ich meine, ich habe ja jetzt nicht die One Million Dollar Antwort zu der Frage, aber ich komme ja aus der historisch-politischen Bildung, das mache ich, das betreibe ich auch in Bulgarien. Viele dieser jungen Menschen, von denen Sie sprechen, haben ja eine Erfahrung mit einer Diktatur und das ist der allererste Anknüpfungspunkt, glaube ich. Auf dem Weg hierhin habe ich heute Morgen noch mal gezählt, 2022, wie viele Osteuropäer in Deutschland leben, das sind fast 6 Millionen Menschen. Also ich zähle da alles von Kasachstan bis Ukraine, Bulgarien, Rumänien, also Bulgarien, Rumänien, das sind halbe Million Menschen, die in Deutschland leben, nach offiziellem zahlen. Da ist so viel Anknüpfungspotenzial, gerade bei dem Thema ICD-Aufarbeitung, was glaube ich, das ist eine verpasste Chance, wenn man das so nicht sieht. Letzten Endes in der Geschichte, also uns allen hier geht es ja darum, dass wir alle gute Demokraten sind, nicht wahr? Und historisch-politische Bildung ist ein Weg, dass wir gute, also gute, ich meine es ja jetzt, ich bin nicht einfach das bessere Wort auf Deutsch, aber good citizens. Und ich glaube, historisch-politische Bildung allerdings ein Weg, aber wir sollten es, glaube ich, auch nicht überfrachten mit Erwartungen, dass allein die historisch-politische Bildung daran verantwortlich ist, aus uns allen good citizens von diesem Land, von Europa oder von der Welt zu sein. Da haben auch andere natürlich eine Rolle. Und hier will ich noch einen Satz nur zu der Bedeutung der Orte einfügen. Ich bin sehr froh zu hören, dass es einen neuen Erinnerungsort an Hoheneck aufgemacht wird. Auch wenn die junge Generation unglaublich digital ist, gibt es, glaube ich, auch genug Forschung, die uns sagt, wie wenig unsere kritischen Denken und kognitive Fähigkeiten gefördert werden durch das digitale Lernen. Das ist ein gutes und wichtiges Angebot. Das knüpft natürlich an die Lebenslehreritäten der jungen Menschen. Aber trotzdem, die Erfahrung, die man an einem, mit Topografie, an einem richtigen Ort, an einem Buch, das man anfasst, die Seiten aufklebt, mit einem echten Menschen sich trifft und unterhält, das kann das Digitale nicht ersetzen. Das kann es ergänzen. Aber ich plädiere einfach dafür, dass wir diese Orte als Orte des Lernens, des Vermitteln, des Erlebens, der Empathie, der Demokratie einfach nicht aus der Sicht verlieren. Wenn Sie eine Frage stellen wollen, einen Kommentar, geben Sie doch schon mal gerne ein kleines Signal. Ich gebe als sozusagen Zwischenmoderation, aber auch nicht nur das, diesen Gedanken oder diese Frage auch noch mal an Sie, Herr Neumärker. Also diese Frage, ob, ich meine, was wir jetzt hier gehört haben, verschiedentlich, könnte natürlich auch zu der Frage führen, braucht es bei all der Multiperspektivität, die da letztendlich dahinter steht, als Gedanke? Braucht es dann doch so etwas wie Leitgedanken? Ich vermeide jetzt mal so einen Begriff wie Leitkultur, aber sozusagen so etwas, wo man sagt, das sind, und das ist natürlich der Bereich, mit dem Sie vorgeblich befasst sind, mit Blick auf die NS-Geschichte, mit Blick auf den Holocaust, vielleicht Dinge, Gewissheiten, etwas, was sich vermitteln soll und muss und auch weiter und zwar unabhängig von Herkunftsfragen, von anderen Perspektiven. Wer christlich ist, hat die zehn Gebote, wer sich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte anschaut oder das Grundgesetz, eigentlich steht da alles drin, was an Werten zu vermitteln ist. Es sind unterschiedliche Wege, die wir gehen, Gedenkstätten, Gedenkorte sind sicherlich ein Teil dessen, auch ein Teil der historischen Aufklärung, aber es sind keine Besserungsanstalten und können auch Schulen, Lehre in der Berufsausbildung und so weiter nicht ersetzen. Also insofern glaube ich, wir reden hier von universellen Menschheitsrechten und damit auch Pflichten. Aber erleben Sie ganz konkret, auch in Ihrer Arbeit vor Ort, also beispielsweise bei einer jungen Generation, Konflikte, wie Sie ja auch gerade Sabine Rennefanz aufgeführt hat, ist die Frage, wenn man eben keine eigene familiäre Erfahrung, keine Linie mehr mit NS-Vergangenheit, sondern sagt, ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Ja, welche Verbindung hat noch meine Generation so richtig? Also mein Vater war Kind und man könnte das weiter spannen und ähnlich gilt das ja für diese Menschen auch. Aber wer in diesem Land lebt, muss sich mit der Geschichte dieses Landes beschäftigen und wir wiederum, die wir hier geboren sind, sind in der Verpflichtung, uns mit den Geschichten derer, die zu uns gekommen sind, zu beschäftigen und das ist dann eben nicht mehr nur ein europäischer Ansatz, den ich auch total trage, weil die Verbrechen europäischer Natur waren, so auch die Erinnerung, sondern mittlerweile, allein in Berlin leben, glaube ich, 190 Nationen und dieser Aufgabe muss man sich dann stellen und da gehört auch zuhören dazu, aber nicht nur zuhören, sondern dann auch handeln. Darf ich, weil ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, auch was Sie gesagt haben, woher bekommen junge Menschen, die ganz junge Generation ihre Informationen, die kriegen sie wirklich in der Regel nicht in der Tagesschau oder im Heute-Journal, woher nehmen sie die Informationen, wie und wie sehen Formate und Formen und Mittel aus, draußen habe ich noch nicht richtig geguckt, aber so ein Comic zum Beispiel, was, wie transportiere ich mit einem Comic oder mit einem Game? Es gibt wunderbare junge Games, die Erfinder, die sagen, wir vermitteln jetzt Geschichte über ein Game. Also ich glaube, da braucht es ganz, ganz viel Kreativität und Fantasie und das machen ja die ganz unterschiedlichen Projekte im Rahmen von Jugend erinnert. Aber digitale Welt ist halt noch was anderes und mir hat Wladimir Kaminer gesagt, Claudia, ihr unterschätzt völlig die Desinformation, dieses Gift der Desinformation, ihr unterschätzt völlig die Waffe der Propaganda, die systematisch von Putin eingesetzt wird, systematisch und die mit Fake News, mit Lügen, mit Hetze, mit Behauptungen, mit Stimmungsmache leider verdammt erfolgreich ist und wir eigentlich immer noch hinterherrennen und überhaupt noch nicht genügend Mittel dagegen, gegen diese Desinformationsmacht und Desinformationskampagnen gefunden haben. Er hat mir das am Beispiel seiner Mutter erläutert, das muss ich jetzt nicht machen, aber ich glaube, das ist wirklich eine Waffe. Und wenn Sie sich angucken, TikTok, ein Medium, wo wirklich junge Leute unterwegs sind, wer da ganz vorne ist, welche Trolle da unterwegs sind und wir in der Regierung immer noch überlegt haben, können wir mit TikTok überhaupt präsent sein, weil wir wissen ja, wer dahinter steckt. Also ich glaube, dass solche Debatten können wir uns nicht mehr leisten, sondern müssen in dieser digitalisierten Welt auch mit Mitteln arbeiten, die genau diese jungen Menschen, die da unterwegs sind, endlich viel stärker adressieren und viel stärker erreichen. Gutes Stichwort, junge Menschen. Gibt es eigentlich eine Wortmeldung von, jetzt ist natürlich die Frage, ab wann ist man und bis wann ist man ein junger Mensch, aber das ist natürlich eine schwierige Selbsteinschätzung. Aber ich gucke mal ganz bewusst sozusagen auch in den Raum, wer sagen wir mal unter, ich würde jetzt mal großzügig sein, unter 40 ist. Gut. Nein, aber ansonsten, machen Sie mal bitte die Hände hoch, damit ich es genau sehe, egal, jetzt altersunabhängig, damit ich sehe, wer sich hier melden möchte. Dann hätten Sie, sind Sie dran, warten Sie bitte, bis das Mikrofon da ist und sagen Sie uns auch gerne, wer Sie sind, denn das wird alles aufgezeichnet. Wie alt Sie sind, müssen Sie nicht sagen. Also ich heiße Martin Patzelt. Eigentlich wollte ich einen Kommentar zu der Aufarbeitung der deutschen Geschichte als Zeitzeuge geben. Aber angeregt durch die letzte Diskussion, sage ich mal, als die vielen Demonstrationen jetzt in Deutschland stattfanden und bewundert und begeisterte Zustimmung erfahren haben, da habe ich für mich persönlich gesagt, so, jetzt muss ich wieder viel mehr ins Netz gehen. Mein Beitrag wird sein, dass ich mich viel mehr in den sozialen Medien wieder engagiere, weil ich das den anderen nicht überlassen will und weil ich das für viel wichtiger halte, wichtiger, heißt nicht unwichtig, als auf die Straße zu gehen. Das so viel. Also ein alter Mensch kann auch was tun. Okay. Und das andere wollte ich zur deutsch-deutschen Geschichte sagen. Und da sage ich mal als Zeitzeuge, ich habe mich seit der Wende in deutsch-deutschen Zusammenhängen bewegt. Also war immer wieder mit westdeutschen zusammen und ostdeutschen und immer sehr aktiv. Ich habe eine Erfahrung gemacht, dass es vor allen Dingen um das Verstehen geht. Aufarbeitung braucht erstmal ein Verstehen. Warum ist denn das so? Frau Römmelfanz hat darauf hingewiesen, dass die Probleme, die Fragen immer noch weiter bestehen, warum höre ich nicht zu den Führungseliten, warum habe ich weniger Vermögen, warum fühle ich mich als Schuldiger oder wer so betrachtet. Und da dachte ich immer, ja, wir müssen Verständnis dafür haben, dass wir, ich bin Ostdeutscher, die wir aus diesem Zusammenhängen kommen, unsere Geschichte dort hatten. Und ich konnte kein Vermögen aufbauen. Hatte ich nicht die Möglichkeit. Ich war auch nicht mit meiner Sprache so schnell und engagiert. als ich dann erstmal in die Kontexte kam mit westdeutschen Kollegen. Die waren immer viel schneller und immer viel breiter und viel, ob sie mehr gesagt haben, weiß ich gar nicht mehr heute. Aber sie waren mir in allen Dingen überlegen. Und da entsteht ein Gefühl, dass ich nicht für voll genommen wurde. Die Westdeutschen haben mir immer zugehört. Ich habe nie erlebt, dass sie mir nicht zugehört hätten. Die waren gespannt, die wollten viel wissen. Aber daraus hat sich ein Gefühl für Ostdeutsche ergeben, dass sie entweder bemitleidet wurden oder aber fast so ein bisschen wie verantwortliche Täter betrachtet wurden. Und dann hat sich das gespalten. Wir wollten weder bemitleidet werden, noch wollten wir Täter sein. Wir müssen verstehen, warum war denn das so in der DDR und warum ging es so mit mir. Also ich möchte einfach nur reklamieren, Voraufarbeitung verstehen und nicht gleich ein besseres Programm aufgestülpt zu bekommen. Das ist klar. Vielen Dank. Wir haben eine Wortmeldung da ganz hinten. Da, da, ja, weiter. Genau dort, ganz in der letzten Reihe. Felix Ludwig, Gedenkstätte Deutsche Teile und Marienborn. Danke, dass Sie an uns gedacht haben, Frau Roth. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich habe gerade noch mal über das Thema Digitales nachgedacht. Und ich stimme zu, dass das extrem wichtig ist. Wir bewegen uns ja als Gedenkstätte auch selbst im digitalen Raum, haben einen sehr schönen Instagram-Account, folgen Sie uns alle gerne. Das war der Werbeblock. Aber ich stelle auch fest, dass Engagement im digitalen Bereich als Institution des öffentlichen Dienstes extrem schwierig ist, weil die Förderstrukturen kaum geeignet dafür sind. Ja, man bekommt Geld, um tolle Dinge zu machen, aber Digitales erfordert auch, Dinge zu betreuen. Und wenn die Projekte ausgelaufen sind, fehlt uns die Kapazität, das Personal, das Geld. Das heißt, wir müssen, wenn wir uns im digitalen Raum bewegen sollen, als Einigungskultur, als bundesdeutsche Einigungskultur an diese Förderstrukturen dringend ran und sie dringend überarbeiten. Vielen Dank. Ich würde sagen, eine Wortmeldung nehmen wir mit. Wir haben hier vorne eine oder zwei. Dort der Herr im orangefarbenen Pullover. Das bleibt beim Orange. Ja, guten Tag. Eberhard Brecht, ehemaliger MdB. Ich möchte mich jetzt nicht an einer semantischen Diskussion über das Wort Aufarbeitung aufhängen und möchte bloß noch mal über das Thema Misserfolg reden. Was haben wir erreicht und was haben wir nicht erreicht? Und ich komme aus dem ländlichen Raum mit einer relativ kräftigen AfD-Zustimmung. Und ich bin ja ein bisschen anderer Meinung als Claudia Roth, als zum Thema, ob der Rechtsextremismus nicht im Ostdeutschland besonders gut gewurzelt hat, unabhängig mal von dem Ergebnis in Baden-Württemberg. Und ich möchte es gerne noch mal versuchen, sozialpsychologisch zu verstehen. Wir reden immer gerne von der Schuld. Und die Schuld ist etwas, was man nicht gerne hat. Man möchte unschuldig sein und man möchte gerne mitmischen, partizipieren und erlebt Ohnmacht. Das ist, was Jugendliche aus diesem rechten Milieu relativ anders formulieren, aber zum Ausdruck bringen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie das Partizipationselement des Grundgesetzes, nämlich die Parteien, für sich als Feind empfinden und nicht als eigentlichen Verbündeten. Für mich ist die Frage, was kann man durch politische Bildung eigentlich tun, um tatsächlich hier eine Veränderung zu erreichen. Also wenn man das Deutschlandarchiv über die Jahre damals verfolgt hat, Niveau der politischen Bildung Ost und West, beides im Sinkflug. Und das hat nicht nur etwas mit Quantität, sondern auch mit der Methodik und der Qualität zu tun. Und da sind eben schon ein paar Stichworte gefallen, dem Thema Digitalisierung, das Thema auch, wie kann man eventuell diesen Zusammenhang von Geschichte zu erklären. Das heißt, eins baut auf das andere auf. Sie haben das gerade gesagt, die deutsche Teilung wäre ohne NS-Geschichte gar nicht denkbar gewesen. Und da schwebt mir immer noch so etwas Ähnliches vor, wie wir in Berlin das Futurium haben. Das Futurium ist ein naturwissenschaftliches Erlebnisinstrument, wo man tatsächlich von dem Heute und auch von dem Gestern in die Zukunft gucken kann. Ob es nicht eine methodische Möglichkeit gäbe, so etwas Ähnliches für Geschichte zu machen, um Geschichte als Gegenwartsgeschichte und auch Zukunftsgeschichte zu übergreifen. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal zurück ins Publikum. Wir haben ja jetzt hier schon so ein paar Aspekte, die wir vielleicht aufgreifen können. Frau Roth, das mit den Förderrichtlinien haben Sie sich aufgeschrieben. Ja, das habe ich aufgeschrieben. Das gebe ich auch an die Kolleginnen und Kollegen der Länder weiter. Ich finde ja diesen Aspekt... Aber ich hoffe, Sie haben mich nicht falsch verstanden. Ich habe wirklich nicht gesagt, dass Rechtsextremismus Ost ist und im Westen heile Welt. Was glauben Sie, was bei uns in Bayern los ist? Was bei uns in Bayern los ist, an Gewalt in der Zwischenzeit, an Angriffen in der Zwischenzeit, an... Und das sind nicht Ohnmacht, das sind nicht... Sie meinten das, ah gut. Und es ist auch nicht die Ohnmacht der Anhänger oder der Mitglieder, sondern wenn ich mir mal anschaue, wer da alles dabei ist und wer da... Wer leine ich im Bundestag an Richtern, an Ärzten, an Schulleiterinnen und so. Dann habe ich Sie falsch verstanden. Frau Stavker, Sie haben gerade direkt reagiert, auch bei dem ersten Wortbeitrag, als es darum ging, also sozusagen diese Erfahrung und sich sozusagen nicht teilschuldig, sozusagen als schuldig angesehen zu werden. Oder habe ich das falsch wahrgenommen? Ist egal. Ich habe jetzt bei diesem Panel gelernt, wenn man die Möglichkeit hat, am Ende gewonnen hat, muss man das auch gleich nutzen. Eigentlich wollte ich gleich hier was vorzeigen. Ich bin mir sicher, dieses Buch ist vielen in diesem Raum bekannt. Das Buch ist Zeit zur Flucht von Georgi Gospodino, das ist ein bulgarischer Schriftsteller, nicht umsonst in Bulgarien erschienen, hat den Bukka-Preis letztes Jahr gewonnen. Und ein Zitat von diesem Buch steht auf dem Deutschen Pavillon dieses Jahr in der Biennale in Venedig. Da heißt es nämlich, dass das Erste, was wir verlieren, wenn wir das Erinnern verlieren, ist die Zukunft. Das geht ein bisschen einher mit dem letzten Kommentar, den Sie gemacht haben. Das bulgarische Pavillon bei der Biennale hat ebenfalls mit der kommunistischen Vergangenheit zu tun. Also es gibt Wege und Möglichkeiten, die neuen Generationen über die Vergangenheit an die Zukunft denken zu lassen. Und Kunst, glaube ich, spielt da auch eine ganz große Rolle. Das passiert nicht nur in erhobene Kunsträume, sondern das passiert auch an Schulen. Vorhin haben wir auch Beispiele aus Suhl gehört. Das wollte ich noch mal sagen. Das ist ein gutes Instrument. Herr Sabro. Ich würde gerne auf zwei Bemerkungen reagieren. Das eine bezog sich auf die Frage des Futuriums für Geschichte. Das ist nun ein Widerspruch in sich. Aber der Impetus, den verstehe ich natürlich. Und ich finde, dass Geschichtsmuseen und Geschichtsausstellungen da oft etwas leisten können, was die politische Bildung von der Struktur her nicht kann. Sie sind nämlich deutungsoffener. Sie formulieren Angebote. In der ersten Bemerkung aus dem Publikum kam diese ganz liebenswürdige Überlegung, mehr ins Netz zu gehen, haben Sie gesagt, um den Fake Facts, das sind ja nicht nur News, den Fake Facts entgegenzutreten. Aber das kommt mir vor wie das Haas- und Igelspiel. Natürlich sind die sozialen Medien und ihre dann neuen Kanäle einfach viel schneller. Und wenn wir uns die Frage stellen, woran das liegt, so hat es natürlich auch damit zu tun, dass wir in unserer politisch-historischen Bildung nicht deutungsoffen sind. Ich lasse nicht mit mir drüber reden, wenn es um empirische Tatsachen geht, die ich, selbst wenn ich den Tatsachenbegriff relativieren kann als Historiker, aber es gibt Dinge, über die ich nicht mit mir reden lasse, beziehungsweise das Ergebnis der Diskussion steht für mich schon fest. Da sollen wir uns nicht drüber hinweg trügen. Und deswegen reden wir ja auch nicht davon, dass wir den Jugendlichen zuhören wollen, was für eine Welt sie sich bauen, sondern wir überlegen uns, wie wir ihnen nacheilen können, um sie mit unseren Vermittlungsangeboten zu erreichen. Die historische Aufklärung in Bezug auf die NS-Zeit funktionierte anders. Dort wurden uns andere Geschichtsbilder vorgegeben, gegen die wir kritisch angegangen sind. Wir haben Geschichte von unten, Grabe, wo du stehst, diese Bewegung aus Skandinavien kommt. Und wir haben plötzlich gezeigt, ich habe das in Berlin erlebt, wie NS-Kontaminiert eigentlich jedes Haus, jede Straße ist. Das hat man aber gegen die Senatsbehörden eigentlich gemacht. Das war ein selbstentdeckendes Lernen. Heute sind wir in einer Situation, in der wir uns natürlich in einem Basiskonsens bewegen, an dem wir auch nicht rütteln lassen und wundern uns, dass Jugendliche dem eher ausweichen. Und das tun sie ja in anderen Kanäle. Und deswegen weiß ich nicht, ob der Weg, ins Netz zu gehen, also die Nacheile zu betreiben, hilfreich ist. Das Problem ist nur, wir können nicht anders. Es ist ein Sisyphus-Problem. Ich will nicht darauf hinweisen, um zu sagen, wir müssen alles anders machen, sondern ich möchte nur die Gelegenheit unseres Forums nutzen, um uns auf Aporien und Schwierigkeiten unseres eigenen Tuns hinzuweisen. Nicht um die Flinte ins Korn zu werfen, aber vielleicht auch um ein Stück weit bescheiden an unseren Hoffnungen zu werden, was wir eigentlich erreichen können. Vielen Dank. Wir nehmen und geben das Mikrofon nochmal ins Publikum und gerne hier in die erste Reihe. Und ich mache dann schon mal einfach die Anmoderation und sage, wer das Mikrofon kriegt, nämlich Markus Meckel, der ja als Protagonist der friedlichen Revolution auch Teil dieser Geschichte ist. Vielen Dank. Ich will jetzt nicht über den Begriff der Aufarbeitung streiten, den ich sehr viel weiter sehe als du und, wobei ich auch glaube, dass wir ihn immer neu bedenken müssen. Und dazu gehört zum Beispiel etwas, was Sie gesagt haben, wenn es um die Adressaten geht. Wir haben damals, als wir die Stiftung gegründet haben, Sie die Stiftung für die Aufarbeitung der SED-Diktatur genannt. Und in meinen Augen war das ein Fehler. Und nicht zuletzt aus dem Grund, den Sie eben angesprochen haben, wir haben so viele Menschen und zwei Millionen in Deutschland, die Diktaturerfahrung gemacht haben, übrigens auch kommunistische Diktaturerfahrung gemacht haben, die man nicht in der DDR gemacht hat, sondern in anderen Ländern, die brauchen einen eigenen gezielten Ansatz, sie mitzunehmen in diese Frage. Das machen wir bisher nur ganz, ganz wenig. Wie ich finde, viel zu wenig und wir müssten viel mehr machen. Und Claudia, das sage ich jetzt mal so, dies als eigenen Bereich für die Russlanddeutschen und für viele, die in anderen Bereichen sind, nochmal gezielt zu arbeiten, weil wir ja merken, deren, nicht zuletzt, deren Informationen, die sie woanders herhaben, wirken in Deutschland. Zum Teil sehr problematisch. Und hier nochmal neu nachzudenken, auch neue Ressourcen zu suchen. Um dies zu tun, gebe ich nur nochmal mit als einen Bereich, wo ich glaube, das können wir nicht einfach jetzt zusätzlich mal machen, dass wir nochmal eine Veranstaltung machen, sondern es ist ein Arbeitsbereich, der zentral ist. Ein zweiter Punkt, ich muss mich ja sehr begrenzen, bezieht sich auf dieses Jahr. Und zwar sage ich wirklich, sollten wir nicht viel genauer überlegen, wie das, was wir thematisieren wollen, in die Aktualität gehört. Wir diskutieren jeden Tag über dem, was in der Ukraine passiert, was Russland macht und wo jetzt in Transnistrien oder was auch immer jetzt auf uns zukommt. Wir wissen, dass Putin Geschichtsbilder zum Thema seiner Kriegsbegründung hat. Wo setzen wir uns damit auseinander? Wo nehmen wir, wenn ich die deutsche Russland-Politik der vergangenen Jahrzehnten ansehe, wenn ich die polnische Wahrnehmung über den Zweiten Weltkrieg ansehe, wie begehen wir dies? Ich höre, ich weiß nichts Genaues, ich höre, dass die Bundesregierung am 1. September etwas machen will. Das ist löblich. Aber die Frage ist, also 85 Jahre Kriegsbeginn, meine Frage ist, denken wir auch darin, dass da vielleicht eine Woche vorher der Hitler-Stalin-Pakt war, der in den deutschen Gazetten normalerweise überhaupt nicht vorkommt, der in unserer Erinnerungskultur nicht vorkommt. Die Frage ist, sollten wir dies nicht zum Anlass nehmen, wenigstens in diesem Jahr, zum 85. Jahr des Hitler-Stalin-Paktes, diesen Kontext auch im öffentlichen Gedenken der Bundesregierung, dem einen angemessenen Platz zu geben, wo man dann eben in der Folge nicht nur an den ersten, sondern auch an den 17. September, das heißt, den Anmarsch der Roten Armee in das östliche Polen mitbedenkt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Stichwort Europäisierung unserer Erinnerung. Auch 1989. Wir haben jetzt für den 35. Jahrestag von 1989 und 1990, ich rede jetzt mal nur von diesem Jahr, 1989 ist ein europäisches Datum. Meine Frage ist, wo ist das Konzept der Bundesregierung, diesen Jahrestag im europäischen Kontext auch mit Veranstaltungen in europäischem Horizont zu behandeln, wenn das noch nicht, ich weiß ja nicht, was intern schon passiert, wenn es noch nicht gemacht ist, also ich selber bin bereit und ich glaube, es finden sich auch noch andere, die da mit Ideen kommen, um zu sagen, was können wir hier tun, damit man auch merkt, in unseren Nachbarländern, dass bei uns der Groschen zumindest pfennigweise fällt. Markus Meckel, vielen Dank. Es gibt noch weitere Wortmeldungen, ich weiß das, allerdings gibt es auch einen strengen Blick auf die Uhr, weil verschiedene Protagonistinnen und Protagonisten hier auch dann dringend weiter müssen. Aber ich möchte vielleicht, wie sagt man immer so schön, im Interview kurz vor den Nachrichten im Radio mit der Bitte um eine kurze Antwort. Diese Fragen gerne Ihnen noch mal hier mitgeben von Markus Meckel, aber auch verbunden mit meinem kritischen Beiton, ist das nicht auch eine Gefahr, wenn wir Geschichte und Betrachtung von Geschichte sehr stark in die Gegenwart und in die politischen Konflikte, die wir heute haben, ziehen, dass wir dann auch Gefahr laufen, die Geschichtspolitik ein Stück weit auch zu betreiben, die wir bei anderen kritisieren? Ich bin ja eigentlich nicht für die Geschichtspolitik, sondern für die Geschichtspolitik Beobachtung zuständig. Aber ich will der Frage nicht ausweichen. Natürlich, Markus, hast du recht. Geschichte ist nichts anderes als der Dialog der Gegenwart mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit liefert den Rohstoff. Das, was wir Geschichte machen, ist immer schon ein Ergebnis, das sich von der politischen Dienstnahme nicht frei halten kann, sogar vielleicht in ihr fundiert ist. Die Aufgabe ist natürlich oder auch die Chance der Geschichte ist, man natürlich zweierlei Dinge zu tun, die man sonst nicht so im Blick hat. Erstens Pandarei. Alles ändert sich, alles wandert sich. Nichts wird im nächsten Jahr wieder so sein, wie es in diesem Jahr ist. Das ist eine Grunderkenntnis der Historiografie, die oft im Tagesgeschehen untergeht. Und das Zweite ist, wir haben als Historiker auch die Chance, ein bisschen hinter uns selbst zu gucken und nach den Rahmenbedingungen zu fragen, in denen wir agieren. Und da würde ich jetzt ganz allgemein sagen, wir sind Teil eines Paradigmenwechsels, der sich seit acht, neun Jahren vollzieht. Wir haben bis in die Nullerjahre hinein, vielleicht sogar bis in die Zehnerjahre hinein, eigentlich eher in diesem Freiheitsdenkmuster, der Freiheitsparadigma gelebt, für das Joachim Gauck am stärksten steht. Das Gefühl, wir haben die Diktaturen überwunden, wir sind jetzt ein bisschen auf dem Vormarsch, es gibt Schwierigkeiten, aber es geht eigentlich voran und die Demokratie ist auf dem Siegeszug. Heute denken wir genau andersherum. Heute denken wir eher an einem Paradigma des Verfalls, der Defensive, des Niedergangs. Wir führen eigentlich Abwehrkämpfe gegen eine uns zunehmend einhüllende Welt, die von Fake News und Trumpismus und was da himmelweißig erfüllt ist. Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, über die man nachdenken kann, wenn man im Rahmen der historischen Vermittlung als Historiker arbeitet, dass man ein Stück weit hinter das eigene Tun schafft, die politisch gar nicht relevant ist, das eigentliche ist. Nein, wir müssen schon immer in einen Dialog mit der Gegenwart treten, aber oft auch, um ihr die billigen Vergleiche zu entziehen, also der Weimar-Vergleich wäre da so ein klassisches Beispiel, und um darauf hinzuweisen, dass sich nichts wiederholt, sondern alles schon in einer etwas eigenen Weise geschieht, auch im Bewusstsein, dass es überhaupt keine politische Handlung gibt, die sich nicht auf die Vergangenheit beruft, in welcher Weise auch immer. Und da ist die Aufgabe oft eher defensiv, zu sagen, nein, diese Inanspruchnahme ist nicht legitim und so weiter. Es gibt einige Daten dieses Jahr und ein ganz wichtiges, und das darf aber sozusagen dann auch nicht so eine Beerdigungsstunde sein oder so, mit weißen Lilien auf der Bühne 75 Jahre Grundgesetz. Das ist immer so ein Indiz, wenn weiße Bilien zu solchen Feierlichkeiten sind, dass es eigentlich nichts Aktives ist. Also wie schaffen wir, wir sind dabei, wir werden mit einbezogen, wie feiern wir 75 Jahre Grundgesetz? Und zu Recht sagen einige meiner Kolleginnen, was ist eigentlich mit den 35 Jahren? Das ist nicht nur 75 Jahre, es gibt in diesem Jahr auch 35 Jahre. 35 Jahre friedliche Revolution. Wir werden alles dafür tun, dass das nicht so ganz vergessen wird, dass es überhaupt nicht vergessen wird, aber bisher ging es immer nur um die 75 bei den, es geht auch um die 35. Und was du gesagt hast, Markus, das habe ich vor allem in den Treffen mit den polnischen Kolleginnen und Kollegen verstanden, welche Bedeutung Daten haben und Daten heute haben, heute für sie. Und deswegen ist es der 1. September, ja, aber es ist nicht nur der 1. September. Und was die europäische Dimension angeht, ich habe mit der bulgarischen Kommissarin, die noch Kommissarin ist für Kultur und auch Erinnerungskultur mit ihr geredet, die war letzte Woche in Berlin. Nur wir haben ja jetzt am 9. Juni die Wahl, das heißt, es ist nicht ganz klar, wie es dann weitergeht, wer dann in der Kommission dafür zuständig ist, aber wir versuchen, dass über Initiativen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, Kulturminister, Ministerinnen zu sagen, dass Kultur und Erinnerungskultur Teil einer europäischen Aufgabe sein muss, nicht um hinterherzurennen, nicht um defensiv zu sein, sondern um das, was uns ja verbindet, auch in Europa, was der Wertekanon ist, der uns in Europa verbindet oder verbinden müsste, zu etwas Aktiven und zu einem Auftrag wird. Also keine Lilien, sondern Stacheln, Disteln und viel Rosen. Claudia Roth, müssen Sie eigentlich, man hat mir gesagt, 45 müssen Sie jetzt direkt aufbrechen, dann können, oder haben Sie noch die Zeit für die... Das Problem ist, ich habe um 17 Uhr ein extrem wichtiges Telefonat und wenn ich das nicht führe, gibt es auch für manche im Raum hier Ärger. Deswegen, es tut mir wirklich leid, aber es ist... Dann dürfen wir Sie auf jeden Fall schon mal mit einem Applaus... Weiß ich nicht, wer will. ...verabschieden. Dankeschön. Den habe ich jetzt einfach mal bestellt für Sie. Vielen Dank. Aber ich will auf jeden Fall noch Sabine Rennefanz und wenn Sie mögen, Ihnen auch noch die Chance geben für diesen einen Satz, den Sie sagen wollten oder die zwei Sätzen zu dem Thema. Bitte. Ich soll jetzt einen Satz sagen? Ich wollte eigentlich mehr Sätze sagen. Ja, ja. Ich mache jetzt mal die... Es hört ja eh keiner auf mich. Das ist mal die Sabro-Methode, die bewerte. Nee, keine Sorge. Aber... Tschüss, Frau Roth. Ich wollte noch zwei Sachen sagen und zwar erstens TikTok-Videos reinstellen und da für die Aufarbeitung für unsere Sicht der Dinge auf die deutsche Geschichte werben. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Es ist nicht nur eine Form der Kommunikation. Wir haben es hier wirklich mit hartleibigen Abneigungen gegenüber den etablierten Institutionen zu tun, Medien im Übrigen eingeschlossen. Also da sitzen wir alle irgendwie in einem Boot, dass es doch zunehmend größere Bevölkerungsteile gibt, die einfach sich eben auch mit diesem Land nicht identifizieren. Die einen identifizieren sich dann eher mit Rechtspopulisten, die anderen identifizieren sich mit der globalen Oma. Das ist traurig und ich frage mich halt, wir müssen glaube ich, um die Inhalte dann zu haben, müssen wir uns wirklich darüber Gedanken machen, woher das kommt, also dieses mangelnde Zugehörigkeitsgefühl und da geht es wirklich ans Eingemachte. Da geht es darum, was eigentlich 2024 deutsche Identität ist mit unseren unterschiedlichsten Perspektiven, Prägungen und Erfahrungen und darüber, das hoffe ich, dass das hier auch ein Ort ist, darüber nachzudenken. Und der zweite Punkt ist, 75 Jahre Grundgesetz, eines meiner Lieblingsthemen, hatte ich auch schon ein Hintergrundgespräch im Bundespräsidialamt, wo ich gesagt habe, ihr könnt das nicht so machen, dass da jetzt nur die alte Bundesrepublik gefeiert wird. Das geht nicht. Also viele Ostdeutsche fühlen sich da einfach total ausgegrenzt, die demokratische Erfahrung wieder an den Rand gedrängt. Wir haben darüber jetzt so oft geredet und klugere Leute als ich haben darüber geredet und sagen das. Und wir müssen auch wirklich daran gehen, dass es jetzt nicht nur darum geht, wirklich die Bundesrepublik und was da im Mai 1949 passiert ist, sondern auch dieses gemeinsame, dieses neue Deutschland in den Blick zu nehmen und vielleicht auch in den Blick zu nehmen, was damals Anfang der 90er Jahre versäumt wurde, diese gemeinsame Identität zu schaffen. Ich habe dann vorgeschlagen, könnte man nicht doch nochmal über eine neue Verfassung nachdenken, und die Gesichtszüge entgleisten der Leute so ähnlich wie hier. Aber wir haben ein Zusammenhaltsproblem in diesem Land und das Grundgesetz war ja eigentlich nicht so gedacht, dass es für immer gelten sollte. Also die Idee, wahrscheinlich ist sie jetzt in dieser Zeit irgendwie illusorisch, aber ich fand sie charmant, aber irgendwie, dass man es schafft, eben auch die Teile, also das gesamte Deutsche, beide Seiten von Deutschland auch bei diesen Feierlichkeiten mit einzubeziehen, das fände ich extrem wichtig und das wollte ich nochmal sagen. Vielen Dank. Herr Neumann. Aber ich glaube, das ist ja das Phänomen, dass eben die Eliten oder die Staatsleute, Männer, Frauen eben aus dem Westen sind und wenn sie von 75 Jahren Grundgesetz reden, dann reden sie von der alten Bundesrepublik und das ist noch so und man denkt das nicht mit, dass nun seit 1990 da noch fünf Länder dabei sind, die andere Erfahrungen gemacht haben und auch dieses Grundgesetz anders sehen. Ich hätte noch zwei Punkte. Der eine ist, ich glaube, wir müssen uns irgendwann der Tatsache stellen, mit Blick aufs Netz oder wie auch immer, dass wir vielleicht 20 bis 25 Prozent der Menschen in diesem Land überhaupt nicht mehr erreichen mit dem, wovon wir reden. Vielleicht ist das zu hoch, hoffentlich ist es nicht zu niedrig, ich weiß es nicht, aber dessen müssen wir uns endlich gewahr werden. Das heißt aber im Umkehrschluss, wir haben 75 Prozent, die wir noch erreichen und dann muss man da eben mehr investieren und ich bei aller Kritik an politischer Bildung, aber ich glaube, das ist schon noch ein Schlüssel. Politische, aber eben auch historische Bildung und warum historische Bildung? Um Strukturen zu erkennen, um auch Sprache zu erkennen und die Sprache verschiebt sich gerade, die Sprache verroht in diesem Land und das nicht nur bei der einen Partei, von der hier viel die Rede war, sondern auch bei Parteien der sogenannten Mitte. Das beobachtet man, aber keiner regt sich so richtig drüber auf. Das finde ich bemerkenswert, bedauernswert. Und noch ein letzter Punkt, dann bin ich hier still. Dieser 35. Jahrestag der friedlichen Revolution ist ja auch der 35. Jahrestag des ersten runden Tisches in Warschau im Juni 1989, das erste frei gewählte polnische Parlament. Wenn du vom 23. August 1939 redest, müssen wir auch vom 23. August 1989 reden, den baltischen Weg, den Beginn vom Ende der Sowjetunion. Wir müssen endlich, das was unser Freund Basil Kersky in Danzig macht, wir müssen europäisch denken, wir müssen die Diktaturaufarbeitung europäisch denken, aber wir müssen auch die Freiheitsbewegung im Ostblock europäisch denken. Und da haben wir noch einiges zu tun. Vielen Dank. Frau Sklaffkoper. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sehr viel dazu sagen kann, außer ich stimme auch völlig zu. Nur zu dem Punkt, warum die Geschichte sich mit der Gegenfahrt immer wieder auseinandersetzen soll. Ich glaube, die ist dazu verdammt, denn genau in der Auseinandersetzung mit der Gegenwart werden die Schwachstellen aufgezeigt. Siehe am 24. Februar vor zwei Jahren oder jetzt den 7. Oktober. Und es muss nicht unbedingt immer politisierend werden, denn sobald wir die Vergangenheit durch die Brille der Menschenrechte beobachten, glaube ich, sind wir bei unseren, ob das zehn Gebote sind oder Verfassung oder was auch immer, wir haben genug da, demokratische Frameworks, auf die wir uns beziehen können, damit wir nicht unbedingt ins Politisieren entgleisen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion hier auf dem Podium. Bitte entschuldigen Sie, das kleine Überziehen, aber der Kaffee wartet jetzt umso wärmer auf Sie in dieser Pause. Vielen Dank. So, ich hätte jetzt fast gesagt, herzlich willkommen bei Ein Kessel Buntes. Nein, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus der Kaffeepause zurück zur Präsentation Die bunte Welt der Aufarbeitung. Genau, suchen Sie sich noch mal Ihren Platz. Lassen Sie den Kaffee und den Kuchen verdauen. Es gibt ja auch nachher noch Abendbrot. Wir sorgen dafür, dass es gleich etwas interaktiver wird. Gut, nachdem wir jetzt schon eine ganze Menge Input bekommen haben, der, glaube ich, zu weiterführenden Diskussionen auch schon bei der Kaffeepause angeregt hat, wollen wir jetzt, während Sie das alles so ein bisschen verdauen, einfach ein bisschen interaktiv mit Ihnen werden. Wir haben jetzt so eine Stunde ungefähr Zeit und Sie wissen ja, hier auf dem Ringwerk ist es manchmal mit dem Internet und dem WLAN nicht ganz so einfach. Und so dachten wir uns, dass wir einfach mal ganz analog bleiben und so ein paar Fragen und Stimmungsbilder heute mit Ihnen einfangen. Genau, und analog ist schon das Stichwort, denn für alle die, die schon die letzten Geschichtsmessen besucht haben, Sie wissen, so Online-Tools für Publikumsbefragung funktionieren dann nur, wenn das Internet wirklich zuverlässig auch vorhanden ist. Und insofern möchten wir aber trotzdem mit Ihnen gerne ins Gespräch kommen, dann eben heute ein bisschen auf die Oldschool-Variante. Genau, das Ganze wird jetzt ungefähr bis kurz nach 18 Uhr so gehen. Wir haben jetzt ein bisschen später angefangen und zum Schluss wird es dann auch noch mal ein bisschen multimedialer sogar werden. Und ja, wir steigen jetzt einfach mal ein und... Vielleicht sagen wir noch kurz, wer wir sind. Ach so, stimmt. Ja, wer sind wir eigentlich? Guter Punkt. Also ich bin Christine Schönmarkers, die Referentin für inklusive und interkulturelle Bildung bei der Bundesstiftung Aufarbeitung und... und Katharina Hochmuth und ich bin für die schulische Bildungsarbeit bei uns zuständig verantwortlich. Genau, und wir freuen uns, wenn Sie sich jetzt auf diesen kurzen, interaktiven und hoffentlich auch sehr kurzweiligen Part einlassen. Wir werden mit einem kleinen Warm-up beginnen. Danach können Sie, haben Sie Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und last but not least ist natürlich auch Ihre Meinung gefragt zu den Themen, die Sie im Jahr 2024 besonders beschäftigen. Genau, zunächst möchten wir jetzt ganz gerne ein paar Fragen an Sie richten und würden Sie bitten, dass Sie immer, wenn Sie mit Ja antworten, Mehrfachantworten sind möglich, einfach mal Ihre Hände nach oben recken oder zumindest eine Hand. Sie dürfen auch aufspringen, wer sich noch ein bisschen bewegen will oder auch mit Zuspruch Ja reinrufen, damit wir alle so ein bisschen in Bewegung kommen und nicht zu müde werden hier auf den späten Nachmittag. Genau, wir fangen mit so ein paar ganz einfachen Fragen an. Wir wollten nämlich einfach mal wissen, wie sich das Publikum hier auch so greografisch zusammensetzt. Wer von Ihnen ist denn heute aus Suhl und Umgebung dabei? Ah, doch einige, wunderbar. Aber die Suhler bleiben zusammen, ne? Ja, dass die Thüringen tatsächlich gut vertreten ist. Aber wir werden noch mal ein bisschen tiefer graben. Genau, wir haben ja vorhin schon so gehört, dass die Himmelsrichtungen auch auf dem Podium eine Rolle gespielt haben. Wer kommt denn aus dem hohen Norden? Suhl liegt ja in der Mitte, hat es jemand aus dem Norden her geschafft. Ja, das ist extra so allgemein formuliert. Also Sie müssen jetzt selber entscheiden, ob Sie sich als Nordlicht sehen oder nicht. Also ich habe ein paar Handzeichen hier ganz deutlich gesehen. Ja, herzlich willkommen hier auf der Geschichtsmesse aus dem Norden. Und wer verortet sich südlich des Weißwurst-Äquators? Oh, doch einige. Oh, sogar mehr als aus dem Norden. Ja. Der Süden, Süden Deutschlands ist etwas stärker vertreten als der Norden. Super, finde ich gut. Und jetzt für mich die wichtigste Frage, die du stellst. Ich stelle? Ach so, na, wolltest du nicht erst mal fragen, wer aus den westlichen Bundesländern heute angereist ist? Ach so, okay. Natürlich, je nach Definitionsfrage. Ja, 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 ich meine, das ist ja auch ein bisschen das, was wir hier intendiert haben. Oh, okay, der Westen ist stark vertreten. Und da wir unsere schöne Bundeshauptstadt ja nun nicht von einer Himmelsrichtung vereinnahmen lassen, wer ist denn heute aus Berlin hier? Auf die Frage habe ich gewartet. Ich war schon so aufgeregt. Ja, genau. Oh, viele Berlinerinnen und Berliner, wir sind ja auch alle heute schon zusammen im Zug gefahren. Wir kennen uns ja schon. Absolut. Und zu guter Letzt, wer kommt denn aus dem Osten zu uns, aus dem Osten Deutschlands, aus Ostdeutschland? Oh, ganz viele. Alle, die meisten. Ja, und natürlich die Frage auch, wer ist denn, wer ist denn sozusagen aus dem Ausland hierher angereist? Ah, super. So weit hat sich die Geschichtsmesse also auch schon international rumgesprochen. Sehr schön. Super. Wir werden ein bisschen historisch, wenn Sie auf Ihre, also jetzt imaginär, auf Ihre Geburtsurkunde gucken. Was steht denn da drauf? Wer von Ihnen ist denn in der DDR oder in den ostdeutschen Bundesländern geboren? Hm, okay. Auch eine ganze Menge. Und jetzt die Gegenfrage quasi, wer ist in der Bundesrepublik geboren? Ich nicht. Ich komme in der Selbstständigen, mein Bestes. Okay, also ich sehe hier aber auf jeden Fall ganz viele Mehrfachnennungen. Ja, ja. Ich finde das interessant. Wir wollen ja auch so ein bisschen zeigen, wie fluide diese Kategorien doch sind. Und Herr Klemke hat es gerade schon gesagt, was versteht man eigentlich unter Norden, Süd, Westen? Sie merken schon, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, einfach mal zu gucken, wo kann man sich und will man sich eigentlich überall zuordnen? Und was für Mehrfachzuordnungen sind auch möglich? Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Punkt. Wir würden Sie bitten, dass Sie jetzt einfach mal sich mit einem, ja, Kolleginnen und Kollegen zusammentun. Eben nicht. Nein, bitte nicht. Tun Sie das nicht, um Gottes Willen. Nicht mit einem Kollegen oder Kollegen. Sie sehen schon, wir sind uns auch nicht einig hier vorne. Mit Ihrem Hinter- oder Vordermann, der aber nicht ein Kollege oder Kollege aus Ihrer Institution ist. So rum, genau. Also mit einer Person hier im Raum, die nah bei Ihnen sitzt, einfach mal umdrehen oder zur Seite drehen und mit jemand anders sich kurz verbünden. Super. Oh, Moment, Moment, bevor es losgeht. Ganz kurz nochmal zuhören, denn Sie wissen ja gar nicht, warum Sie sich jetzt gleich mit Ihrem... Mir hört keiner mehr zu. Oh je. Okay, also wir haben zwei Fragen, die wir Ihnen gerne mitgeben möchten. Zwei Fragen, die Sie jetzt einfach mal kurz miteinander mit Ihrem Pendant, was nicht aus Ihrer Institution ist, ein paar Minuten diskutieren. Genau. Und das sind folgende Fragen. Also, erstens, an welcher Stelle der bunten Welt der Aufarbeitung sind Sie tätig? Das ist sozusagen die Eisbrecherfrage. Und an welcher Stelle innerhalb der Aufarbeitung welcher Institutionen, Einrichtung sind Sie tätig? Was machen Sie genau? Was ist die Aufgabe, die Sie betreuen? Und als zweite Frage, was ist für Sie in diesem Jahr, 2024, das wichtigste Thema in Ihrer Arbeit und warum? So, und jetzt haben Sie zwei Minuten und es kann losgehen. Und jetzt kann es losdiskutiert werden. So, jetzt gehe ich mal hier rum. Lass den mal noch eine halbe Minute und dann... Aber es ist so laut, dass wir wahrscheinlich jetzt schon schon bleiben lassen. Entschuldigung, ich dachte... Nein, das war das Personenkollegen. Gut, dass es sein kann. Gut, dass es sein kann. Uhrenstopp. Gut, dass es sein kann. Vielen Dank. 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 ... 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